Ich begrüße natürlich auch die im Internet und die Zuschauer, die auf Schach-Bundesliga live sehen wollen. Mein Name ist Klaus Bischof. Ich habe heute Nachmittag wieder diese wunderbare Aufgabe, Ihnen über die Partien der Bundesliga zu erzählen. Und wenn ich hier noch eine Maus hätte, dann könnte ich auch im Bildschirm was machen. Hilfst du mir nochmal, Oliver? Das ist gut. Vielen Dank. So, dann gehen wir doch einfach in die erste Partie rein. Heute haben wir es sogar mit Namen, weil welch ein Luxus. Eines der spannendsten Matche heute ist natürlich das Match des noch amtierenden deutschen Meisters, der SG Solingen. Die spielen heute gegen den neuen deutschen Meister Baden-Baden. Klingt nach ein paar vielversprechenden Paarungen. Als erstes hier rüber kopiert habe ich mir die Partie von Richard Rapport gegen Fabiano Caruana. Schauen wir es einfach mal von vorne an. Das ist immer gut. Also geht los als Reti, Springer F3, D5, C4. Und der Zug drittens D4, das ist eigentlich schon die erste Kriegserklärung von Schwarz. Und zwar im zweiten Zug. Also Schäufer kann man gar nicht fortsetzen. Und das, was Rapport hier macht, ist sehr, sehr spannend. Der spielt hier B4. Also der will den Bauern D4 in gewisser Weise umzingeln. Also der Läufer soll nach B2 und dann wäre D4 doppelt angegriffen. Der nächste Zug von Caruana ist insofern spannend. Also die übliche Fortsetzung hier ist nämlich F6. Das ist auch gar nicht überraschend. Die Idee von F6 ist natürlich E5, um den Bauern D4 stützen zu können. Aber Caruana hat anders gespielt. Der hat hier Läufer G4 gespielt und will offensichtlich einen der Angreifer von D4 beseitigen können. Gut, jetzt kam auch schon Gustav III. Und ich kann der Eröffnung nicht mal einen Namen geben. Aber ich habe das jetzt schon öfter gesehen in der Bundesliga-Saison, in der aktuellen. Dieses ganze System führt normalerweise zu sehr, sehr scharfen, spannenden Stellungen. Und die sind deshalb auch zweischneidig, weil der Bauer schon auf B4 steht. Ich versuche es noch ein bisschen zu erklären. Man könnte jetzt argumentieren und sagen, dass der Bauer auf B4 steht, ist in Wahrheit prächtig. Verweis, der hat diesen Vorstoß, den man in einer Benoni-Variante sehr oft mühsam durchsetzen muss. So mehr oder weniger geschenkt gekriegt. Aber er hat sich eben auch ein wenig sehr früh festgelegt. Und manchmal kann Schwarz eben mit A5 zum Beispiel gleich auf diesen Bauern B4 losgehen. Gut, nehmen wir die nächsten Züge mit dazu. Es kam jetzt Läufer schlägt F3. Also der hat planbemäß den Springer F3 beseitigt und jetzt mit E6 den Bauern B4 angegriffen. Und den hat Weiß jetzt mit B5 in Sicherheit gebracht. Also, ich finde die Stellung sehr aufregend und zwar ganz einfach aus dem Grund. Weiß hat natürlich ein fürchterlich tüchtiges Läuferpaar. Man muss sich nur mal vorstellen, wenn der jetzt, sagen wir, D3, F4, ne nicht F, G4, F4 und Läufer G2 schafft, dann ginge es ihm richtig gut. Dann wird er die Stellung in den Griff und unter Kontrolle kriegen. Ich nehme an, Caruana wird in der Lage sein, dagegen was zu tun. Also ein Zug, den ich mir hier zum Beispiel anstelle von Schwarz überlegen würde, wäre eben sowas wie A7, A6, um wirklich auf diesen frühzeitig vorgerückten Damenflügel loszugehen. Nehmen wir so lange eine andere Partie. Die haben noch etliche, die sich sehr, sehr vielversprechend anhören. Bei Vachila Graf schaut es nicht so spannend aus. Und hier bei Vichy Anand, da ist eine ganz interessante Eröffnung gespielt worden. Und das ist eigentlich ein seltener Gast heutzutage. Geht los als Spanisch, keine Überraschung. Da wischt man sich immer erstmal den Schweiß von der Stirn als Kommentator. Wenn es doch noch schwarze Spieler gibt, die eben nicht die Berliner Variante spielen. Vielleicht durfte ich das in Berlin gar nicht sagen. Vielleicht ist die ja hier besonders populär. Also ich finde, da kann ich einen Satz dazu sagen. Es gibt ja auch ganz viele Schreiberlinge weltweit, die schreiben immer nicht vom Berliner Endspiel oder von der Berliner Variante der spanischen Partie. Die haben das doch glatt und meines Erachtens dumm in Berliner Mauer umgetauft. Und ich finde das eigentlich eine blöde Idee. Diese Mauer, die hat man lang genug. Aber gut, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich rede über Schach. Und jedenfalls hat Erwin Lamy keine Berliner Variante gespielt, sondern hier eben Läufer Cäsar 5. Und da spricht ja auch nichts dagegen. Machen wir mal mit der Partie weiter. Jetzt kam C3. Gut, das ist klar. Er will D4 spielen. Und jetzt kommt die eigentliche Überraschung. Jetzt erfolgt mit F5. Naja, ist das der Übergang in eine Gambit-Variante? Oder haben wir jetzt plötzlich ein Königs-Gambit mit vertauschten Farben? Also ich finde es jedenfalls gerade gegen Vichy Arnand eine freche Wahl. Schauen wir mal, wie er reagiert hat. D4, F schlägt E. Na gut, viel Spektakuläres ist ihm nicht eingefallen. Also Vichy hat dem Gegner einen schwachen Bauern auf E4 verpasst. Er hat auch einen fetten Springer auf E5. Das ist gut. Aber Schwarz hat eben als Kompensation wie immer das Läuferpaar. Und jetzt ist insofern ein richtig spannender Moment. Man könnte aber auch sagen, ja, aber jetzt mal hallo. Der Läufer C5 ist angegriffen. Und es gibt ja noch ein ganz anderes Thema. Man könnte ja sagen, es droht ganz fürchterlich Dame Hans 5 Schach. Das schaut ja auf den ersten Blick brandgefährlich aus. Aber der Erwin Lamy, der spielt schon so viele Jahre Bundesliga. Und der wird sich nicht nach sieben Zügen Schäfermatt setzen lassen. Der ist noch im Buch. Das ist noch Teil seiner Vorbereitung. Schauen wir mal, wie es kam. Also interessanterweise, Vichy gibt das Schach. Und es ist ja klar, jeder andere Zug außer G6 hätte Dame F7 Matt zur Folge. Also da hat Schwarz nun wirklich keine Wahl. Also der hat hier G6 gespielt. Und jetzt kam Dame E2 und Läufer F5. Gut, soweit so normal. Ich nehme an, Weiß wird jetzt schnell versuchen, den Bauern E4 abzubeißen. Da hat er auch alle Chancen, dass es klappt. Zum Beispiel, wenn er mit Springer D2 nebst G4 arbeitet. Rot ist ein bisschen eine arg drastische Farbe für diese Entwicklungszüge. Ich reduziere es mal auf Gelb. Da sind wir neutraler unterwegs. Also Springer D2 nebst G4. Ich will nur noch eine Sache nachreichen. Wir könnten ja einfach spaßeshalber mal einen Blick drauf werfen, was denn passiert wäre, wenn in dieser Konstellation hier nach G6 Weiß die Einladung angenommen hätte und den G6 verhaftet hätte. Vermutlich ist das fürchterlich schlecht. Wenn es nämlich gut wäre, hätte Vichy so gespielt. Also ich nehme an, jetzt würde Schwarz Springer F6 spielen. Und jetzt sehen wir schon, das Thema Abzugsschach ist vollkommen Geschichte. Jetzt muss die Dame wieder weg. Und die hat nicht mal sonderlich viele tolle Felder zur Verfügung. Keine Ahnung, wo die hin muss. Sagen wir nach H4. Gut, jetzt bleibt Schwarz wahrscheinlich nicht arg viel anderes übrig, als Turm G8 zu spielen. Aber wir sehen trotzdem, jetzt kriegt Weiß entweder mit dem Bauern G2 Probleme oder es wird noch schlimmer und Schwarz kommt dazu, mit Turm G4 die schwarze Dame zu belästigen. Gut, wir brauchen es jetzt nicht unendlich vertiefen. Ich nehme an, das steht in jedem halbwegs guten Theoriebuch. Und die beiden wissen es natürlich genau und haben darüber auch überhaupt keine Zeit verbraucht. Gut, wir können den nächsten Zug noch mit dazu nehmen. Den finde ich überraschend. Also ich hätte nur wirklich gedacht, dass Weiß hier mit Springer D2 nebst G4 arbeitet. Aber der Vichy hat einen sehr, sehr vorsichtigen Zug gemacht. Der hat hier einfach Hans 3 gespielt. Gut, er unterstützt natürlich auf die Art und Weise den Vorstoß G4. Aber mir kommt es ein wenig aufreizend langsam vor. Gut, ich weiß jetzt trotzdem nicht, was ich dem Schwarzen raten soll. Weil es ist natürlich diese klassische Situation. Vichy sagt sich, naja, ich gebe ihm jetzt einen Zug Zeit, aber so richtig viel anfangen kann er gar nicht damit. Womöglich ist im Falle von Springer F6 G4 noch stärker, als es ohnehin schon wäre. Oder auch Läufer G5 unangenehm. Und ich kann noch ein paar andere Sachen hinzufügen. Wenn Schwarz auf die Idee käme, Läufer schlägt E5 zu spielen, mit der Absicht Dame Dorothea 3. Ich glaube, da tut er sich auch nicht unbedingt einen Gefallen. Es ist so, der Bauer E5, der ist wesentlich weniger schwach als der Bauer E4. Also ich nehme mal an, weiß ignoriert die Dame auf D3 ganz einfach und würde mit Läufer E3 nebst Springer D2 weitermachen. Und ich glaube, es ist lästig für Schwarz, zumal Schwarz eben trotzdem in jedem Moment auch noch mit G4 rechnen muss. Gut, das ist jetzt alles Produkt meiner kranken Fantasie. Gespielt ist es erst bis H3. Schauen wir, wie die Spieler unten sich entscheiden werden. Wir haben genug Partien, über die wir reden können. Ich habe es gestern schon gesagt. Es ist natürlich vollkommen undenkbar, dass wir über alle 100 Partien reden, die unten im Saal gespielt werden. Aber eine Handvoll Gute wird man rauspicken können und damit ist uns ja schon mal geholfen. Schauen wir, ob es hier auf den ersten Blick was richtig Tolles gibt. Naja, gut, was nehmen wir? Gut, machen wir es der Reihe nach, ist es wurscht. Also nehmen wir, das ist die Partie von Bredrak Nikolic gegen Ruslan Kazimdzhanov. Und das geht los als angenommenes Damen-Gambit. Also das spielt der Bredrak schon sein ganzes Leben mit beiden Farben. Also ich finde es überraschend, die Eröffnungswahl von Kazimdzhanov. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Es kam hier einfach C5. Na gut, das ist noch keine Überraschung. Und jetzt nach der Rochade eben A6. Und jetzt serviert er dem Bredrak eben die Chance, Freihaus ins Endspiel zu gehen. Und das hat er auch genutzt. Und ich finde dieses Endspiel eigentlich immer lästig für Schwarz. Ich sage gleich noch ein, zwei Sätze dazu. Das geht jetzt schon mal so los. Jetzt könnte man darüber diskutieren, ob denn der König auf D8 besser steht als der König auf G1. Also klassische Capablanca-Lehrsätze. Nach Damentausch ist der König im Zentrum auf E7 bestimmt sehr, sehr gut aufgehoben. Das ist die halbe Wahrheit, immerhin. Aber die andere Hälfte der Wahrheit ist eben trotzdem alles gut. Einfach weit. Das Klebeband hätte ich jetzt nicht gebraucht. Es sei denn, ich muss einen der Zuschauer knebeln. Aber so schlimm geht es bis jetzt hier nicht zu. Also die andere Hälfte der Wahrheit ist eben, dass der König D8 trotz allem ein Angriffsobjekt sein kann. Schauen wir mal, wie es weiter ging. Schach und B3. Also, dann läuft es furchtbar schlecht für Schwarz, wenn es dem Weißen gelänge, sagen wir, Läufer E2 zu spielen. Und das Ziel von Weiß ist folgendes. Der will im Idealfall mit Springer E5 und Springer D3 den Läufer C5 vertreiben. Und wenn der weichen muss, dann passiert das, was ich vorhin gemeint habe. Dann kommt womöglich ein Schach auf A3 und der König wird zum Angriffsobjekt. Gut, das ist jetzt alles eine mehrzügige Operation. Jedenfalls, ich kann auch noch ein Wort zu B6 sagen. Da werden viele sicher argumentieren, aber es ist doch viel einfacher, B5 zu ziehen. Aber die Praxis hat gezeigt, dass gerade wenn Schwarz B5 zieht, der Damenflügel so geschwächt ist, dass man damit erst recht Schwierigkeiten bekommt. Ich habe den Zug B6 gerade von sehr, sehr guten Spielern in letzter Zeit oft gesehen. Und das scheint der solidere Weg zu sein. Gut, das ist jetzt noch nicht sonderlich aufregend. Aber wir haben andere Sachen, die viel aufregender sind. Und einer, der für Aufregung immer gut ist, ist unsere ehemalige deutsche Nummer 1, der Arkady Neidic. Der spielt heute einmal mehr für Baden-Baden. Und diese Eröffnung, dieses Französisch mit drittens Springer F6 und Nichtläufer B4, also klassisches Französisch, die scheint er gut vorbereitet zu haben. Das hat er in Baden-Baden jetzt bei der Krenke Jazz Classic auch zweimal gespielt. Und zwar eigentlich, wenn man so will, mit sagenhaft gutem Erfolg. In der ersten Runde hat er mit der Variante gegen Caruana mit Schwarz gewonnen. Und in der letzten Runde hat er auch ein sicheres Remis gemacht mit Schwarz. Also er ist mit drittens Springer F6 bisher immer gut gefahren. Und mal schauen, wie es heute kommt. Also so weit, so normal. Dieses frühe A6 ist insofern sehr flexibel. Natürlich kann Schwarz trotzdem immer noch mit Springer C6 in die Hauptvarianten gehen. Er kann aber eben auch, und ich glaube, so kam es genau in unserer Partie, mit Frühdame B6 arbeiten, um, naja, ich sage das jetzt mal salopp, um Verwirrung zu stiften. Schauen wir mal, wie es kommt. Also, diese Drohung Dame B2, die ist ernst gemeint. Und das wird jetzt gleich unheimlich konkret. Also weiß nimmt das Tempo Springer A4 mit, deckt die Dame, greift die Dame an, greift C5 an und deckt B2. Soweit, so gut. Der Nachteil ist ganz einfach der, dass der Springer jetzt auf A4 eigentlich einen merkwürdigen Eindruck hinterlässt. Und das gab es alles schon. Und ich habe das in Baden-Baden auch schon erzählt, von der Vorbereitungshistorie. Mein Gott, was für ein gewaltiges Wort. Also, in unserer schnelllebigen Zeit hat man ja fast schon vergessen, dass die deutsche Nationalmannschaft im Schach mal europäischer Mannschaftsmeister wurde. Und da haben die Herren Friedmann, Neiditsch, Meier und Buhmann, vier von fünfen in dieser Mannschaft, haben alle den Krampf gespielt mit Schwarz. Und die haben das sicher zusammen schön und gründlich vorbereitet. Und womöglich so gut, dass sie jetzt noch Jahre später davon zehren können. Und das ist eigentlich ungewöhnlich. Also, Springer B4 ist wahrscheinlich schlicht und ergreifend notwendig. Und jetzt haben wir eine merkwürdige Struktur. Weiß hat nach wie vor diesen wahrlich wenig schönen Springer. Und, na gut, nehmen wir das nächste Zugpaar mit dazu. Schwarz spielt Springer C6. Und wenn man ihn ließe, würde der natürlich liebend gern auch noch auf D4 schlagen. Und der nächste weiße Zug, der ist ganz spannend. Ich füge ihn gleich dazu, weil ich es gerade hier sehe. Der hat jetzt Turm C1 gespielt. Das ist natürlich ein Klassiker. Das hatten wir gestern auch schon in etlichen Partien. Also, Weiß versucht, dieses Vis-à-vis von Turm und Dame in irgendeiner Form auszunutzen. Also, wir könnten jetzt prüfen, wir haben ja nichts Besseres zu tun. Was passiert eigentlich, wenn Schwarz jetzt wirklich auf D4 schlägt? Also, Sie kennen mich nicht erst seit gestern. Ich opfere gerne die Bauern von anderen Leuten. Also, vielleicht will der ja tatsächlich sogar mit dem Bauern schlagen. Jetzt wird die Dame unmittelbar bedroht. Aber das Problem ist natürlich, dass der sich vorher erstmal den Bauern B4 mit Schach reinschnaufen kann. Und gut, hier bleibt weiß wahrscheinlich nichts anderes übrig als König F2. Und ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel daran, wie gut die weiße Kompensation hier ist. Zumal Schwarz auch noch mit B7, B5 wird arbeiten können. Dann gibt es womöglich mit dem A2 auch noch Ärger. Also, machen wir es realistisch. Vielleicht nimmt der ja im Falle von Springer schlägt D4 eben doch mit dem Springer oder der Dame. Und Turm C1 war in Wirklichkeit gar nicht so aggressiv, wie ich es gerne gesehen hätte, sondern sollte nur dazu dienen, den Bauern C3 zu überdecken. Also, das ist eine Partie, die verspricht, sehr spannend zu werden. Weil es einfach, Schwarz hat hier das Läuferpaar als Trumpf und hat eben auch eine sehr gute Bauernstellung. Und natürlich weiß der Florian Handke das auch. Der muss im Prinzip schnell was machen. Je länger es dauert, desto besser wird es für Schwarz. Und mit schnell was machen, meine ich, der wird wahrscheinlich so schnell wie möglich den Vorstoß F5 vorbereiten müssen. Und in dem Moment, wo ich es sage, denke ich mal, vielleicht nimmt er ja doch am gescheitesten mit der Dame. Und dann hat er wenigstens wirklich diesen positiven Plan, mit Läufer D3 und F4, F5 zu arbeiten. Also, das ist wirklich eine interessante Stellung. Ich versuche sie im Hinterkopf zu behalten. Wir werden ja sehen, ob da schnell was passiert. So, was haben wir noch aus diesem Wettkampf? Oder sollen wir mal einen ganz anderen Wettkampf nehmen? Ich habe mit dem Baden-Badener-Match angefangen. Ich kann Ihnen auch verraten, warum. Es ist eine ganz einfache Sache. Heute werden die Namen hinzugefügt, wie wir sehen, schönerweise. Und die haben wir unten versprochen, sie fangen mit dem Match der Baden-Badener an. Namen hinzufügen, dann kann ich damit anfangen. Ist doch eine feine Absprache. Aber vielleicht ist ja jetzt schon in Wirklichkeit noch viel, viel mehr dran. Gut, schauen wir mal sonst. Ich sehe hier überall Namen, das ist gut. Dann nehmen wir doch auch mal irgendeine Partie aus einem anderen Match, die spannend aussieht. Sie dürfen sich auch gerne was wünschen, wenn jemand unten was sieht, was besonders spannend ist. Ja, selbst das ist möglich. Na gut, ich nehme einfach eine Stellung, die, wie ich finde, interessant ausschaut. Nehmen wir einfach mal das. Das ist eine Partie aus dem Match von Arik Braun, der spielt für Hockenheim. Und der Herr Reikmann, der spielt, glaube ich, für den direkten Gegner, der Hockenheimer. Also das ist insofern spannend. Das ist eine Partie, bei der es um den zweiten Platz in der Liga, die dafür sehr wichtig ist. Ich finde diese Königsinde immer schön und wir hatten gestern schon ein, zwei Partien mit der klassischen Hauptvariante. Aber jetzt machen wir eben noch eine, die passt gut dazu. Dieses sechstens H3, das ist im Moment unheimlich in Mode. So spielen unglaublich viele gute Spieler und ich finde es immer erstaunlich, dass das so ein guter Zug ist. Aber anscheinend ist es eben wichtig, prophylaktisch G4 zu überdecken. Und eben auch noch nicht nur G4 zu überdecken, sondern auch noch selber G4 vorzubereiten. Das geht schnell. Also jetzt haben wir die schöne, nichts Endspiel, nichts sonst was. Einen schönen, verschachtelten Königsinde, wo man als Zuschauer lange dran Spaß hat. Das finde ich immer gut und Schwarz breitet sich hier am Damenflügel ein bisschen aus und will im Idealfall Springer A6, C5 spielen. Das ist ganz einfach. Ich glaube, das hat, wahrscheinlich hat es der Jörg Hickel mal so schön begründet. Dieser Zug A5, da denkt heute niemand mehr drüber nach. Man steckt da ein bisschen Raum ab im Damenflügel und will den Springer nach C5 überführen. Und in Wirklichkeit, wenn Schwarz den Springer erstmal auf C5 hat, sieht man, dass A5 eigentlich ein glattes Tempo gewinnt. Weiß kann dann nie mit A3 und B4 den Springer vertreiben, weil Schwarz nach A3 immer A4 spielt. Weiß muss immer B3, A3 und dann erst B4 spielen, wenn es darum geht, den Springer C5 zu vertreiben. Gut, schauen wir mal, ob der überhaupt da hinkommt. Ja, da ist er. Und Weiß hat ohne große Probleme E4 decken können. So, jetzt geht es los. Jetzt nimmt Schwarz auch den Kontakt auf im Zentrum. Die spielen das deshalb so zügig, weil es eben nichts Neues ist. So, ab jetzt. Gut, das Verständnis hat sich ein wenig gewandelt. Früher hatte man in solchen Stellungen, wenn Schwarz auf D5 geschlagen hat, hat man immer automatisch mit dem C-Bauern zurückgeschlagen. Was beileibe nicht dumm ist, aber die moderne Praxis hat gezeigt, dass es manchmal auch ganz gut ist, mit dem E-Bauern zu schlagen, um B5 besser zu kontrollieren. Also, es gibt zum Beispiel eine uralte Partie, die muss uralt sein, eine von Bobby Fischer, der hat es wie aus dem Lehrbuch hingekriegt. Der hat in so einer Struktur auf D5 geschlagen und kam dann gleich zu B5, B4 und hat den Weißen im Prinzip in der Luft zerrissen. Und genau das vermeiden die Weißen aber heutzutage. Die haben ja aus den Fischer-Partien was gelernt. Schauen wir mal, der hat Läufer D7, jetzt geht es los. G5, der nächste Zug ist Springer E8, ist übrigens überhaupt nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob es in der Stellung funktioniert, wahrscheinlich nicht, es wäre zu gut. Ich füge es jetzt nur mal ein, es wäre durchaus eine Überlegung wert gewesen, aus meiner Sicht Springer H5 zu ziehen. Wahrscheinlich weiß halt eben der Schwarzspieler, dass das an der Stelle nicht geht. Aber ich zeige einfach mal die Vorteile auf. Es ist jetzt offensichtlich so, wenn man den Schwarzen noch zu Springer F4 kommen lässt, dann geht es dem viel zu gut. Dann lebt er wie die Made im Speck mit seinen Springern auf F4 und C5 und dem Zugriff auf D3. Also ich nehme an, dass in dem Falle von Springer H5 dem Weißen vielleicht gar nichts anderes übrig bleibt, als auf C5 zu schlagen und jetzt auch noch auf H5 zu schlagen. Und jetzt können wir so eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Jetzt habe ich wieder einen Bauern geopfert, nicht meinen eigenen, wie immer, den von jemand ganz anders und habe ein gerade großes Loch auf F5 geschaffen. Also wahrscheinlich funktioniert es einfach nicht an der Stelle, zumal dieser Springer hier eben doch womöglich ganz schnell auf richtig gute Felder kommt. Also langer Rede, kurzer Sinn. Der devote Rückzug Springer E8 war vielleicht schlicht und ergreifend notwendig. Ich will das überhaupt nicht verteufeln und es geht direkt weiter. Weiß spielt hier H4 und deutet an, dass er mit H5 womöglich am Königsvögel angreifen wird. Der nächste Zug ist auch völlig normal. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen hier Königsinde spielen. Also ich kenne einen einzigen Königsindischspieler auf der Welt, der für den Zug F7, F5 nichts übrig hat. Das ist der Schweizer Meister Werner Huck. Der hat sein Leben lang Königsindisch gespielt und immer Systeme ohne F5. Aber die Königsindischspieler, die Majorität der Königsindischspieler, die liebt den Zug F5. Und so scheint es der Herr Reikmann auch zu halten. Also jetzt denkt Arik Braun auch zum ersten Mal nach. Und naja, was soll man ihm empfehlen? Also es ist wirklich ein spannender Moment und der ist so schwer, dass ich den Kardinalsfehler mache von einem Kommentator. Man soll nämlich nie nachdenken, sondern immer anfangen zu reden. Aber hier ist es schwierig. Also ich denke mal, en passant schlagen, da bin ich nicht so sicher, ob es eine gute Idee ist. Was natürlich überhaupt nicht heißt, dass der das nicht gleich machen wird. Jedenfalls, eine Sache kann ich Ihnen sagen. Dieses F5, F4, das ist überhaupt keine schlimme Drohung. Ganz im Gegenteil, wenn Schwarz hier F5, F4 spielen würde, dann wird Weiß auf C5 schlagen und danach hier auf G4 sich einlisten mit dem Läufer. Und da hat sich Schwarz, glaube ich, keinen Gefallen getan. Also Schwarz muss die Spannung aufrechterhalten und ich finde diesen, wie viel Zug ist denn das? Der 14. von Weiß, das ist eine sehr spannende Entscheidung. Ich weiß ehrlich, na gut, er hat F3 gespielt. Also er hat einfach alles so stehen lassen, wie es ist und nichts verändert. Gut, jetzt hat er im Falle von F4 diesen Zugläufer G4 nicht mehr zur Verfügung. Das ist ein kleiner Nachteil von F3. Aber vermutlich wird das mehr als aufgewogen dadurch, dass er ja jetzt im Falle von F4 einfach Läufer F2 spielen kann. Gut, ich bin kein Freund von Königsindisch, deswegen hätte ich immer lieber Weiß. Der weiße Raumvorteil ist beträchtlich. Schauen wir mal, ob dem Schwarzen was einfällt. Und ich bin wirklich schon gespannt, was der macht mit seinem Sorgenkind. Was könnt ihr denn mit dem anstellen? Gibt es hier ausgewiesene Freunde von Springerwanderungen? Springer C7 mit der Absicht schlagen und B5. Ja, das ist vollkommen legal und vermutlich auch vollkommen normal. Ich denke gerade über Springer C7 mit der Idee, B5 zu unterstützen. Da bin ich ganz und gar einverstanden. Das kommt in Frage. Ich wollte gerade nur noch auf eine andere Sache hinweisen, obwohl die vielleicht reines Wunschdenken ist. Wäre es denn eine Idee, der Zug schaut lächerlich aus, Läufer H8 zu spielen? Also meine Absicht ist im Idealfall, wieder nach F4 zu kommen. Also wahrscheinlich klappt es nicht. Und Läufer H8 wirkt schon so lächerlich. Also es dient ja wirklich nur, dem Springer das Feld G7 freizuräumen. Wird mich wundern, wenn er es so macht. Aber ehrlich gesagt, wird es mich auch nicht wundern, wenn genau die Stellung beiden Spielern sogar noch bekannt ist. Gut. Turm F7, Läufer F8. Ja, das ist immer ein Thema im Königsinder. Alles klar. Von mir aus auch Springer C7 und Springer A6. Also es gibt hier wirklich viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich wird nur eine davon gut sein. Das ist nicht so, dass der hier das Füllhorn schütteln kann und es kommt immer was Gutes raus. Aber ich zentiere dir dazu. Mir gefällt die Stellung. Ich behalte die Partie im Auge. Bestimmt, aber ich arbeite hier immer ohne Engine-Unterstützung. Das habe ich auch gestern schon gesagt. Ja, auch mit Datenbanken. Man hat immer bei solchen Sachen zu schnell den Schiedsrichter am Hals und das wollen wir ja nicht. Wir haben hier einen gemütlichen Nachmittag und unterhalten uns über Schiffen. Ja, bestimmt, klar. Das sind junge, ehrgeizige Männer. Die haben sich bestimmt gründlich vorbereitet. Das kürze ich auch so. Aber es gab ja im Schach auch schon Fälle, wo angeblich, was weiß ich, Tal hat doch mal angeblich lange drüber nachgedacht, wie man einen Rhinozerus aus irgendeinem Sumpf rauszieht und dann danach was geopfert. Und alle haben gedacht, er hätte lange dran rumgerechnet. Das weiß man alles nicht. So, wir haben aber keinen frischen Zug. Nehmen wir was anderes noch dazu. Ich nehme gerade das Nachbarbrett dazu. Einfach, weil es so eine... Ja, gibt es, klar. Die ganze Variante ist einfach modern und ich glaube auch sehr erfolgreich für Weiß. Ich komme auf den Königsinter zurück. Erinnern Sie mich dran, dann kann ich noch ein Wort dazu sagen. Ich habe nur das jetzt noch mit dazu genommen, weil es eine ganz tolle Eröffnung ist. Einmal mehr, das habe ich Ihnen gestern schon erzählt, den populärsten Sizilianer überhaupt, Neidorf. Ich will jetzt nicht jeden Tag was über die Biografie von Miguel Neidorf erzählen und etliche haben es ja auch gestern schon gehört. Der war jedenfalls wirklich ein wunderbarer Großmeister und weltweit geachtet. Und dieser Zug Springer BD7, das ist eine dieser wunderbaren Sachen im Schach. Der ist in den 70er Jahren viel gespielt worden. Und dann gab es zum Teil doch ordentlich auf den Rüssel verschwarz. Und dann kam das außer Mode und inzwischen gibt es, naja, man könnte fast sagen, im Moment erleben wir die Renaissance von Springer BD7. Im Moment wird das von guten Spielern wieder richtig häufig gespielt. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, jetzt Läufer C4. E6 und Ochade. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Haben die schon einen neuen Zug? Also, wir haben hier ein Thema. In der Partie könnte das furchtbar schnell mal passieren, dass es auf E6 richtig scheppert. Und da ist auch schon richtig guten Spielern reingeschlagen worden. Also ich erinnere mich, was ich zum Beispiel live kommentiert habe. Anfang des Jahres in Weigernsee, da hat Van Veli mit Schwarz auch Neidorf gespielt. Und Van Veli hat sein ganzes Leben lang Neidorf gespielt. Aber der spielte das gegen so einen ganz jungen Chinesen, der mörderisch gut vorbereitet war. Und der schlug dem alles kaputt im Zentrum und war auf dem Brett und auf der Uhr im Vorteil. Also es geht heutzutage sehr schnell. Ich bin wirklich gespannt, was der hier macht. Ich glaube, noch droht das Schlagen auf E6 gar nicht unbedingt. Aber Schwarz muss ja jetzt erstmal einen schlauen Zug machen. Vielleicht hat Van Veli hier H6 gespielt. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Es ist jedenfalls dieses Läufer-C4-System. Ich glaube, man nennt das Sosin-System. Und viele haben es eben auch mit dem Namen Bobby Fischers verknüpft, weil das Bobby Fischers bevorzugte Behandlung von offenen Sizilianern war, mit Läufer C4 zu arbeiten. Und der Fischer-Plan, sage ich jetzt mal, der war vereinfacht gesagt immer. Ein und derselbe, danach F4, F5 zu spielen. So oft auf E6 drauf zu sein, dass Schwarz vorbeiziehen muss und ihn dann auf D5 auszustopfen. Das hat in den erfolgreichen Zeiten Fischers sehr oft sehr, sehr gut funktioniert. Heute weiß man ein bisschen besser, was man als Schwarzer vermeiden muss. Aber es ist immer noch ein fürchterlich gefährliches System. Gut, finde ich gut. Heute sind wir, was die Technik anbetrifft, viel, viel besser versorgt als gestern. Das ist auch schön und ich glaube, wir finden heute etliche Partien, über die es sich zu sprechen lohnt. Ich will auch noch irgendwas anderes dazu nehmen. Ja, allein schon deswegen. Ja, das ist gut. Das ist eine Partie aus dem Wettkampf von Bayern München gegen Aachen. Und die, die gestern schon da waren, werden sich vielleicht verwundert, die Augen reiben und sagen, ja, Moment mal, gestern hat doch sowohl bei Bayern als auch bei Aachen ein ganz anderes Spieler an Brett 1 gespielt. Ja, stimmt. Es ist ganz eindeutig so. Bei Bayern ist heute als Überraschung der Michael Bezold eingeflogen worden. Und bei Aachen, die sind noch einen Tick weitergegangen, beziehungsweise noch einen Tick weiter hergekommen. Der Julio Granda zu Niger, ich glaube, der ist Peruana, aber er ist nicht aus Peru gekommen. Ich glaube, er wohnt irgendwo in Spanien, ist aber auch extra eingeflogen worden für dieses Wochenende. Die spielen eine witzige Eröffnung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das einen Namen hat. Ich zeige es Ihnen, was der Hintergedanke ist. Also, Schwarz will im Prinzip eine Art Igel spielen. Das kann man ja machen. Aber das Problem ist, Weiß hat so früh den Läufer auf G2, dass Schwarz gar nicht mehr schafft, B6 und Läufer B7 zu spielen. Und das ist eine Eröffnung. Wir haben früher den scherzhaften Namen Klinger Igel verpasst. Und Klinger benannt war das wirklich, also nach dem österreichischen Großmeister Joseph Klinger. Der hat das immer gespielt, der hat das mit Schwarz und mit Weiß gespielt, rauf und runter. Und Stonewall arg viel mehr eröffnen konnte der eigentlich gar nicht, aber er ist damit auch gut zurechtgekommen. Schauen wir mal, wie das weiterging. Also, jetzt sehen wir schon die Nachteile des Klinger Igels. Wir haben wieder den Klassiker, wie immer, vis-à-vis von Turm und Dame. Und jetzt kann ich einen roten Pfeil machen. Der verdient die Farbe Rot wirklich. Weiß droht Springer Dora 5. Das würde auf der Stelle im Prinzip die Partie gewinnen. Entweder öffnet sich die C-Linie, was zum Massaker auf C6 führt. Oder Weiß erwischt unter ganz hervorragenden Umständen das Läuferpaar plus einen Bauern. Also, wir brauchen es nicht diskutieren. Springer D5 ist eine mächtige Drohung. Und deswegen hat Michael Bezold hier die C-Linie geräumt. Und ich finde es immer wieder beachtlich. Julio Grando Zuniga, der gilt als einer der Großmeister, die weltweit zu denen gehören, die am schlechtesten vorbereitet sind. Der kokettiert natürlich auch immer damit und tut so, wie wenn er gar keinen Computer hat und sowieso ein Eröffnungsbuch noch nie im Leben gesehen hat. Also, das wird einigermaßen übertrieben sein. Aber es ist wirklich eine bekannte Geschichte. Ich glaube, das ist schon lange her, es gab ja früher in Tilburg ein wunderbar stark besetztes Großmeisterturnier. Und die haben auch mal den Paruaner eingeladen. Und dann haben sie den am Flughafen abgeholt. Und dann, das war knapp, der kam spät und dann hat er gefragt, gegen wen er denn am Nachmittag spielen müsste. Das konnte man ihm sagen. Und dann hat er die gefragt, also spielt der denn E4 oder D4? Und dann haben sie, ja, Moment mal, haben Sie keinen Computer mit, auf dem Sie sich vorbereiten? Nein, nein, habe ich nicht. Und die haben sich schon große Sorgen gemacht, haben gedacht, was haben wir da für einen Vogel eingeladen zu unserem so tollen Turnier. Und am Ende hat er das Turnier gewonnen. Der ist wirklich eine Legende. Er ist nicht ganz so alt, wie er aussieht. Lassen Sie sich nicht tauschen, wenn Sie mal runtergucken. Also, ich glaube, er ist in Wirklichkeit sogar ein, zwei Jahre jünger als ich. Aber natürlich gehört er da unten trotzdem schon zum alten Eisen. So, E3, das zeigt entweder gute Vorbereitung oder gutes Stellungsverständnis. Es ist für Weiß elementar wichtig, dass der Läufer G2 nach wie vor wirkt. Deswegen ist E3 hier auch viel populärer und auch präziser als E4 es wäre. Gut, machen wir weiter. Schwarz zieht jetzt vermutlich erstmal seine Männer zurück nach H3. Ja, es kam schon Läufer F8. Und naja, wie soll Julio Granda weitermachen? Normalerweise beginnt man einen Bauernsturm am Königsflügel. Und das ist auch durchaus nicht ungefährlich. Trotzdem, Michael Bezold, der hat hohe Priorität auf Turm E8 und Läufer F8 gesetzt. Und ich bin halt ein Langweiler, der immer das Gleiche erzählt. Es ist einmal mehr das Gegenüber von Turm und Dame. Also ich nehme an, wenn Weiß jetzt, sagen wir, energisch spielen will und unter energisch würde ich verstehen, dass er mit Springer F4 und G4 daherkommt. Also das droht jetzt entsetzlich G5 und es ist nicht so klar, was Schwarz dagegen machen muss. Also es ist natürlich klar, dass das riskant ist. Deswegen überlegt er auch daran. Er schafft hier auf H4 ein Problem, das es vorher gar nicht gab. Und vielleicht kann Schwarz hier sich einfach erlauben, H6 zu spielen und kommt mit diesem G5 zurecht. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Also in Grund und Boden stampfen würde er ihn nicht können mit F4 und G4. Zumal Schwarz eben auch in jedem Moment mit E6, E5 versuchen kann, Gegenspiel gegen die Dame aufzuziehen. Also wir haben die tollsten Eröffnungen. Ein Sosin-Sizilianer, einen wunderbaren Königsinder, ein Klinger-Igel ohne F4. Also nehmen wir den Zug noch mit dazu. Julio Granda hat gesagt, H3. Ich bin ein ehrlicher Mann. Ich kokettiere nicht. Ich blöffe auch nicht. H3 dient der Vorbereitung von G4. Und damit du es weißt, wenn ich was vorbereite, mache ich es auch. Und das hat ja auch was für sich. Und hier kann man glaube ich jetzt wirklich wieder... Die Drohung G5 ist rot. Zwar wirklich Alarmstufe rot. Der Springer F6 hat überhaupt kein Feld. Also Schwarz muss dringend dagegen was unternehmen. Und das kann H6 sein. Kann von mir aus auch G6 sein. Ne, G6 wahrscheinlich schon weniger. Wahrscheinlich muss er H6 spielen. Aber damit schafft er natürlich eine Angriffsmarke am Königsvögel. Also Michael Bezold hat ein waghalsiges System gespielt. Schauen wir mal, ob er damit zurechtkommt. Vielleicht finde ich noch was anderes aus dem Match. Nur damit wir hier was zum Erzählen haben. Also zum Teil spielen die schon großartige Stellung. Das nehme ich noch mit dazu. Das gefällt mir auch gut. Das ist jetzt auch aus dem Match von Aachen gegen Bayern München. Und das ist eine vogelwilde Stellung. Er ging los als klassisches Französisch. Ich sage auch noch ein Wort zu den Spielern. Der Friso Naibur. Das ist ein furchtbar starker Spieler. Ich glaube, ich habe gegen den sämtliche Partien, die ich spielen musste, verloren. Also ich nehme den entsetzlich ernst. Der hat viele Jahre für Porz gespielt in der Bundesliga. Aber anscheinend nicht mehr. Und vielleicht wollte er auch lieber Erste Liga spielen. Jedenfalls ist er jetzt bei Aachen. Und spielen tut das gegen den Linus Johansen. Von dem habe ich gestern schon erzählt. Das ist der junge Mann aus Schweden, der seit einem Jahr vor Bayern München spielt und sich gut eingeführt hat. Der hat gleich in seiner ersten Saison, als er in der jetzigen, eine Großmeisternorm gespielt und hat uns in wichtigen Kämpfen auch gute Punkte geholt. Gut, gestern hat er verloren. Kann mal vorkommen. Also schauen wir mal so weit, so normal. Es sieht so aus, wie wenn Weiß auf die lange Rohade hinarbeitet. Zumindest bis jetzt. Na gut, eigentlich schaut das nicht unbedingt fürchterlich gefährlich aus. Das ist jetzt eine kleine Mutation, die hier stattgefunden hat. Wenn ich die Stellung gesehen hätte und hätte raten müssen, was war es denn für eine Eröffnung, hätte ich gesagt, selbstverständlich, ein Karo kann ja gar nichts anderes gewesen sein. Aber ging als französisch los. Also interessant. Also der will den hier wirklich heftig verjagen. Ich bin mir über B4 überhaupt nicht sicher. Es ist wie immer, das hat uns der Tarasch mit auf den Weg gegeben. Seit Tarasch wissen wir, dass ein Springer auf B6 immer schlecht steht. Mit wenigen Ausnahmen. Jedenfalls der hier, der steht insofern zwar auch nicht toll, aber immerhin ist es so, mit C4, C5 würde er eigentlich nur auf ein fettes, gutes Feld getrieben. Deswegen bin ich mir trotzdem nicht so sicher. Jetzt trotzdem der Ordnung halber. Man könnte auch hier drüber reden, ob denn nicht sogar C5 eine fürchterlich starke Drohung ist. Also weil, da brauche ich jetzt wieder meinen roten Farbtopf, weil es womöglich dazu kommt, dass nach C5 weiß mit Springer E5 die Dame angreift und dann eben auch noch zu Dame A4 Schach kommt. Also das schaut auf den ersten Blick gefährlich aus. Ja, schwarz zu befürchten, so kam es. Und schwarz bleibt nichts anderes übrig. Also mit der Ochade, das hat sich erledigt. Der König steht jetzt auf f8 schlecht, wenn auch nicht sonderlich gefährdet. das Hauptproblem ist natürlich, dass der Turm H8 nicht mitspielt. Machen wir es mal weiter. Also, der Linus arbeitet dran, der will den Turm H8 womöglich über H5 ins Spiel bringen und hofft eben darauf, dass er mit seinem schönen Zentralspringer genug Festigkeit in der Stellung hat. Also ich bin mir nicht so sicher. Es ist jedenfalls eine spannende Partie und ich glaube, da wird man auch noch viel Freude dran haben. Übrigens, Julio Granda, der geht jetzt richtig auf Bezold los. Der hat jetzt G4 und F4 gespielt. Sobald sich da was tut, komme ich zurück. Aber jetzt habe ich heute, das muss ich jetzt endlich mal ausprobieren, heute habe ich ja auch endlich einen Umschaltknopf gekriegt. Ja, und wo ist er jetzt? Ich dachte, heute hätte man mir ja, da ist er. FBL, was soll das wohl heißen? Frauenbundesliga natürlich. Die Partien habe ich gestern nicht gekriegt. Da hat man mir gesagt, wir müssen die Ressourcen auf deinem Computer schonen. So, das muss, nee, das ist aber auch nicht das Richtige. Irgendwie haben sie mich da trotzdem wieder reingelegt. also mit den Frauenpartien stimmt immer noch was nicht. Ich sage noch mal, die Tabellensituation in der Frauenbundesliga, die hat sich gestern überhaupt nicht verändert. Im Gegenteil, vielleicht ist es sogar noch besser geworden für Schwäbisch Hall. Die sind nach wie vor in Führung vor Baden-Baden und jetzt sehe ich hier ein Bayern-Trikot, aber ohne Bayern und Augsburg zu nahe treten zu wollen, die Gefahr, dass Schwäbisch Hall in den letzten beiden Runden gegen Bayern und Augsburg noch viel abgibt, ist glaube ich nicht so hoch, aber man kann sich ja auch mal überraschen lassen. Wenn man immer wüsste, wie es ausgeht, bräuchte man ja nicht zu spielen. Na gut, dann bleiben wir bei dem, was wir haben und gehen wieder an den Anfang zurück. So, jetzt habe ich schon ganz Angst und Bange geworden, aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Ich versuche, meine spannend angefangenen Partien wieder einzufangen. Wo ist denn zum Beispiel mein Wischi? Den hatte ich doch vorhin. Na gut, fangen wir wieder an mit Caruana. Das ist eine großartige Partie. Also das schaut, wenn man sich das anguckt, so aus, wie wenn man da die Figuren in den Sack gesteckt hat, geschüttelt hat und so stehen sie jetzt auf dem Brett. Wir waren ungefähr hier zuletzt drin und ich sagte, die Stellung ist gemischt. Ganz einfach aus dem Grund, Weiß hat als stärksten Trumpf diesen furchtbar stark, nee, der Läufer, der droht furchtbar stark zu werden, aber die weiße Bauernstellung ist eben am Damenflügel etwas exponiert. So, jetzt haben wir es schon. Der Läufer ist jetzt offen, bedroht B7 und schwarz bleibt hier nichts anderes übrig. Also, ich weiß gar nicht, wie ich es evaluieren soll. Mir gefällt der Läufer, der hier gefällt mir weniger, aber es stimmt schon, man muss es dem Rapport lassen. Der will entweder B5 mit dem Springer oder gar mit dem Turm besetzen und das macht keinen dummen Eindruck. Also, mir gefällt es sogar Sorum viel besser. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Turm B1, B5 und Springer C4 schafft, dann hätte der mächtig Kontrolle. Aber gut, hier kann man es ja sagen, wie Jürgen Klopp das mal in der Pressekonferenz verfehlterweise sagte, it's not a wish concert. Also, der andere, es wird abwechselnd gezogen beim Schach. Schach wäre ein furchtbar langweiliges Spiel, wenn einer ein paar Mal hintereinander dürfte. Ich habe trotzdem, was ich lieber weiß, obwohl ich gern bereit bin, zuzugeben, dass so zum Beispiel so ein selbstverständlicher Zug wie D2, D3, das schaut ja aus wie das Normalste der Welt, hat eben hier trotzdem womöglich einen eklatanten Nachteil, weil Schwarz hier plötzlich auf C3 einen fetten Einstieg hat. Also, insofern bin ich mir nicht so sicher. Gut, sag mal, ich bleibe dabei. Ich bin und bleibe Fan dieses Läufers auf G2. Über den Rest weiß ich noch gar nicht so genau Bescheid. Ich nehme an, der wird den Bauern zumindest vorübergehend auf D2 lassen und er hat auch wahrlich genug zu tun mit Springer A3 und Turm B1. Gut, also das war die Partie und da muss doch der Vichy direkt nebendran gewesen sein. Ne, eins drunter ist er. Ja, also, dann nehmen wir den auch. Oh, die sind etliche Züge weiter. Wir waren zuletzt bei Springer bei dem Schach auf H5 und bei Läufer F5 drin. Und ich habe mich noch gewundert und ich habe es gewagt, einen Zug des indischen Ex-Weltmeisters als zaghaft zu bezeichnen. Das war natürlich nicht sehr ernst gemeint. Ich habe es auch gleich korrigiert. Vielleicht will er ja trotz allem mit G4 arbeiten. Aber die Idee scheint nicht zuletzt zu sein, den Läufer auf H2 zu verstecken. Also ich bin ja gespannt. Vichy ist eigentlich überhaupt nicht auf den E4 losgegangen und was er eben auch noch also der scheint rein positionell vorgehen zu wollen. Vielleicht will der sogar noch in bester Nimzovic Manier mit Springer C4 und Springer E3 arbeiten. Für die die gestern noch nicht da waren wiederhole ich es gern noch mal Zwischenfragen Vorschläge und so weiter ist alles nicht nur erlaubt sondern auch erwünscht und ich frage jetzt einfach mal in die Runde hat jemand eine gute Idee was der Herr Lamy hier spielen soll Also mir ist die Stellung beinahe zu irrational aber H5 Ja also ich dachte auch an Königsflügel Aktion aber warum nicht G5 statt H5 Gut also machen wir es der Reihe nach also mir erschließt sich H5 jetzt nicht unbedingt was natürlich nichts heißt womöglich spielt weiß auch Springer C4 und einmal mehr Springer E3 Gut darüber bin ich nicht so sicher und wie ist es wenn schwarz tatsächlich G5 spielt das wird mir insofern einleuchten der hat doch gerade erst vor zwei Zügen hier Turm G8 gespielt und das muss doch eigentlich mit der Idee G5 gewesen sein und dieses G5 ist ja eben auch der droht da jetzt einfach G4 obwohl man da auch nicht weiß wie schlimm es ist das muss man jetzt konkret betrachten Monsieur ich ziehe den Hut vor Ihnen es kam tatsächlich H5 nur weil ich den Zug nicht verstanden habe muss es ja tatsächlich muss es ja nicht schlecht sein also gut wahrscheinlich ich versuche einen Grund nachzureichen und der Grund ist wie so oft im Schach leider nicht labertechnisch zu lösen sondern konkret kann sich weiß hier Springer C4 erlauben und wenn jetzt G4 kommt wollte ich Springer E3 spielen ist das möglich oder setze ich mich damit in den Nesseln opfert Schwarz jetzt womöglich Opfern kann er nichts der wird es nicht schaffen matt zu setzen gut ich habe H5 hier als Hauptvariante drin stehen und ehrlich gesagt also ich bin wirklich gespannt was Anand jetzt hier spielen wird die Königsstellung hier die ist jetzt nicht besorgniserregend schwach also dass Schwarz hier schnell zu matt an Griff kommt das halte ich für ziemlich ausgeschlossen aber im Moment sehe ich nicht so richtig was denn der Weiße macht also natürlich wäre es gut einen Bauern auf A6 zu haben aber davon ist er noch ewig lang weg also manchmal lohnt sich doch der Erwin Lamy der hat heute glaube ich eine überraschende Eröffnungswahl getroffen dieses spanisch mit dem frühzeitigen F7 F5 und ich glaube der ist nicht schlecht damit gefahren Ja das kann sein ja das ist gut möglich ich bin nicht sicher ob er G4 hätte fürchten müssen naja C5 fand ich auch eine naheliegende Idee im Grunde genommen aber Weiß lässt das vermutlich einfach stehen und wenn Schwarz auf D4 schlägt hat er hinterher ein schönes Springerfeld auf D5 einverstanden aber Weiß hat eben auch die halb offene C Linie und kann trotzdem also mit C5 nimmt man vereinfacht gesagt dem Weißen so ein wenig die Arbeit ab überhaupt eine Linie aufzukriegen am Damenflügel also schauen wir Wischi wird das bestimmt gut lösen und was rauskommt wird man sehen wir haben jetzt so viele Partien nehmen wir hier das noch mit dazu damit wir noch ein Königs Ende haben das ist ganz interessant Levon Aronian der hat einen klugen Kapitän das ist offensichtlich der hat gestern mit schwarz gewonnen und dann hätte ich als Mannschaftskapitän auch gesagt das hast du so prima gemacht da kriegst du morgen gleich nochmal schwarz und mal schauen ob das wieder klappt und probieren tut das also er spielt ja wieder so eine modern defense um ja nichts tauschen zu müssen dieser aufbau mit c3 der gilt als stabil so jetzt kann ich naja soll ich ihnen jetzt ein kleines eröffnungstheoretisches geheimnis verraten nein kann ich ja gar nicht aber es ist tatsächlich so an der stelle also vor 20 jahren gab es da mal etliche spiele die an der stelle mit dem zug c2 sehr erfolgreich waren also ich habe damit auch paar partien gewonnen der zug ist nicht furchtbar blöd weil man den läufer lieber auf e2 hat als auf d3 aber heutzutage spielt das kein mensch mehr und der grund muss irgendwie sein dass sich schwarz c5 leisten kann und im falle von dc funktioniert glaube ich das bauernopfer d5 aber solche angaben sind insbesondere wenn sie von mir kommen vollständig ohne gewehr also das ist wie die lotto zahlen das kann sein dass das gut ist aber von eröffnungstheorie verstehe ich wahrlich nicht viel bretojevic der hat läufer d3 gespielt was natürlich ein gesunder zug ist und jetzt haben wir es schon jetzt haben wir den übergang in ein königs indisch geschafft und das ist immer ganz witzig jetzt müssen beide wahrscheinlich immer erst mal nachzählen und der weiße wird sich sagen ja das ist wunderbar dieses königs indisch das ist eine besonders günstige version für mich du hast ja hier Turm e8 gespielt und der wird wieder nach f8 zurück müssen um f5 zu unterstützen ja ist was dran der Turm steht wahrlich auf e8 jetzt verkehrt aber weiß hat eben auch den königs flügel schon ein bisschen geschwächt und mit dem c bauern wird er auch ein zweites mal ziehen müssen also im prinzip wird sich das wahrscheinlich ausgleichen ich finde es trotzdem spannend ich nehme an jetzt wird er a3 spielen oder hat er es gar schon gemacht hat er noch nicht also jetzt ist es gerade noch rechtzeitig ich denke es spricht nichts gegen a3 mit der absicht b4 und das strategische ziel das weiß umsetzen will ist er will mit c4 c5 den punkt d6 und das feld c7 schwächen also ich will dem Herrn Aronian hier nicht dazwischen reden oder gar funken aber mir gefällt sein Königs wenn ich ehrlich gesagt bin ich ehrlich bin nicht also das a5 ist eigentlich auch noch kontraproduktiv weil er auf b5 eine schwäche hat also ich wäre mit weiß sehr zufrieden aber vielleicht ist es ja geschmackssache so ich versuche jetzt den Herrn bezold wieder zu finden und dann müssen sie mich daran erinnern dass wir auch mal schauen was denn die berliner spieler machen das geht ja schließlich gar nicht dass man dazu noch gar nichts sagt also dieses match der bayern gegen aachen das finde ich klasse das heißt eigentlich finde ich es gar nicht so klasse ich habe den eindruck wie wenn die bayernspieler das rochieren verlernt haben also wenn mir gerade die stellung hier über den weg gelaufen ist da scheint der nächste künstlich rochiert zu haben aber gut der hat immerhin einen Bauernmeer aber gut ich wollte zu dem Michael bezold zurück und dann habe ich noch eine vogelwilde stellung ja also an der komme ich nicht vorbei zu der muss ich ein paar worte sagen also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen also das schaut doch nur wirklich aus wie wenn da zwei totale stümper am werk sind und die spielen aber in der bundesliga wie kam denn das um gottes willen also nein nein nichts sponsoren sponsoren gibt es in der bundesliga leider viel zu wenig aber das ist ein anderes thema wir reden hier nicht über geld sondern über schach aha hier hat schwarz b5 gespielt naja das schaut noch relativ harmlos aus der will läufer b7 spielen und jetzt geht's los mit springer a3 gewinnt weiß wenn man so will ein Tempo ein Entwicklungstempo gegenüber dem Bauern b5 ja mir dämmert so langsam was das ist alles sehr sehr dunkel und ich erinnere mich vage an eine partie an der kein geringerer als magnus carlsen genau so gespielt hat mit weiß die nächste angabe ist ohne gewehr ich glaube sein gegner war der maxim waschela graf und magnus carlsen hat nach langem kampf gewonnen übrigens hat waschela graf glaube ich eben nicht b4 gespielt sondern vielleicht hat der e6 gespielt das ist so semi legal es ist kein richtiges bauernopfer weil man dem weißen ja dann an furchtbar schlechten a-bauern andrehen kann gut sei's drum der beletzki hat b4 gespielt und ich finde das ja schon sagenhaft was hier los ist also man kann ich habe selten gesehen dass schwarz nach zehn zügen in einer normalen schach partie bereits so viel raum am damenflügel geschaffen hat also das gibt es überhaupt nicht und der nächste zug von weiß der ist klasse das sage ich seit jahren im modernen schach hat man immer den Eindruck dass die wichtigste von allen 32 figuren der weiße gbauer ist insbesondere wenn schwarz sizilianisch gespielt hat aber dieses frühe g4 das hat was also das ist ja fast wie in der zuniga partie also hier ist es nicht ganz und gar rot der Springer hätte noch das g8 aber das wäre natürlich schon ein besonders erbarmliches feld also der hat hier vernünftiger weise h6 gespielt schauen wir mal ob das schon weitergegangen ist die spielen wie wenn das theorie wäre so zügig also zaragatzki kommt hier mit Springer f5 daher und es ist einmal mehr frech man könnte ja eigentlich auch ein wort darüber verlieren was er denn eigentlich vor hat falls schwarz auf g4 schlägt also wenn schwarz e6 spielt will er vermutlich Springer g3 spielen machen wir mal ein paar züge einfach damit wir eine idee haben wie es laufen könnte jetzt muss ja die dame schon auf das merkwürdige feld d2 aber vielleicht geht's also mir kommt es zwar trotzdem wenn ich ehrlich bin wie kraut und rüben vor aber vielleicht ist das ja alles in ordnung ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht was ich dem schwarzen raten soll das ist ja klar der läufer der steht gut auf der einen seite aber wenn weiß an den mal herankommt dann wäre es umso furchtbarer wahrscheinlich müsste schwarz wahrscheinlich müsste schwarz jetzt hier so schnell wie möglich auf den c4 losgehen ich finde die partie klasse und sehr sehr witzig und wahrscheinlich wird sie auch sehr sehr spannend aber durcheinander ist es trotzdem jedenfalls ich weiß nicht vielleicht kommt ihnen das ja alles normal vor ich habe sowas noch nie gesehen und ich behalte es im auge wenn ich es je vergessen sollte erinnern sie mich dran die stellung die hat einfach was und aber sie ist einfach trotz allem vollkommen irrational ich lasse hier noch einen moment stehen ganz einfach aus dem grund weil ich wieder solange sie den bauern b3 verwundert angucken können muss ich wieder versuchen meine maus wieder zu finden ich bin hier nämlich mit einer modernen funk maus ausgestattet worden und die geht mir immer verloren jetzt haben wir sie wieder sehr gut also dieses konstrukt das ist schon sagenhaft in der partie kam es noch nicht so nach springer f5 könnte man ja auch über andere züge nachdenken der kriegt ja den hals überhaupt nicht voll also ich habe nach springer f5 e6 vorgeschlagen weil ich ein vernünftiger mensch bin und dachte zwischendurch könnte man ja auch mal einen entwicklungszug machen aber das haben die beiden herren nicht gemacht der beletzky kopiert das jetzt langsam mal rüber also der hat nicht e6 gespielt sondern springer schlägt g4 also der ist ein gelehriger coach neuschüler und sagt sich ein bauernopfer kann man nur widerlegen indem man es annimmt ich bin da nicht so sicher jetzt muss er sich entscheiden nach springer g3 wo sollten jetzt der läufer hin soll der nach c2 oder soll er nach h7 also mir hätte das e6 besser gefallen das kommt mir wirklich außerordentlich spekulativ vor was schwarz hier gemacht hat und naja ich hoffe mal dass er damit wegkommt gut gehen wir zurück zu den partien die ebenfalls furchtbar spannend sind die von dem julio granda also das ist sagenhaft wie der auf den michael bezold losgeht wir waren zuletzt bei gustav 4 drin ja hier gustav 4 da hatte ich einen roten pfeil eingemalt hier ist wirklich alarmstufe rot weiß droht g4 g5 und der springer f6 hätte schlicht und ergreifend kein kein feld deswegen blieb dem michael bezold gar nichts anderes übrig als mit h6 die königsstellung so ein wenig zu schwächen und jetzt gibt es erstmal ordentlich dritte und ich finde es sehr sehr spannend das was julio granda hier macht das ist fürchterlich zweischneidig ich kann ihnen auch sagen warum also positionell hat weiß sämtliche brücken bereits hinter sich abgebrochen schwarz hat mächtige felder im zentrum aber vielleicht sagt sich ja unser peruanischer freund was interessieren mich irgendwelche blöden springer felder im zentrum wenn ich den gegner matt setze jetzt wandle ich mal den uwe bönsch spruch ab der sagt man soll immer die dicken zuerst schlagen und ich sage mal man soll als kommentator immer die dicken zuerst opfern ist turm f schlägt f7 legal also die fide hat glaube ich die regeln nicht geändert in letzter zeit regeltechnisch funktioniert es und wenn könig f7 kommt wollte ich dame h5 spielen natürlich mit der idee mit dem nächsten turm nachzukommen und auf diese ganze springer bande hier mächtig loszugehen also ich habe hier kein gutes gefühl für schwarz sie können mir gern wieder entgegen halten ja ja herr bischof sie opfern wieder die turme von anderen leuten sogar diesmal aber es schaut brandgefährlich aus kann schwarz nach turm f7 auch anders reagieren korrekt also er kann springer schlägt g5 spielen vielleicht ist das ja besser ja wahrscheinlich ist das besser als könig schlägt f7 und mit der idee tatsächlich einen springer nach f5 zu kriegen der auch noch einen hintermann hat und mit so einem fetten zentralspringer wird man eben nicht so schnell matt gesetzt ja also das ist wahrscheinlich die wesentlich bessere lösung obwohl selbst hier bin ich mir nicht sicher was passiert eigentlich wenn ich jetzt mal weiter opfere also meine idee ist im falle von turm schlägt f8 mit dame h5 wieder auf diese springer bande loszugehen und ich habe auch noch dieses läufer e4 in der hinterhand und wenn mir jetzt einer entgegen hält aber der turm c1 ist ein nichts nutz selbst da bin ich mir nicht mal sicher selbst springer d5 könnte gelegentlich ein thema sein also ich will es dem michael bestimmt nicht wünschen ja ja das war keine so mutige vorhersage julio grander hat gerade auf f7 reingepfeffert natürlich hat er sich im gegensatz zu mir überlegt an welcher stelle auf g5 ach jetzt auf d7 schlagen ja und jetzt einmal mehr dame h5 ja das stimmt sie haben vollkommen recht jetzt ist der g2 auch noch ein monster ohne gegenspiele und vor allem hat schwarzer gar keinen weg die springer zu decken im grunde genommen sieht es so aus wie wenn man es aufgeben kann aber gut so weit sind wir noch nicht vielleicht fällt dem ja noch was ein aber das ist doch schön gestern war es hier weniger gemütlich beziehungsweise wir hatten weniger technik wir hatten partien ohne namen heute haben wir namen heute haben wir geopferte türme also es geht doch spätestens in der 14. runde geht es doch immer rund in der bundesliga also die peruanische legende hat auf f7 einen turm geopfert aber es scheint so zu sein in unseren varianten hier hat sich ja eigentlich herausgestellt dass der in wirklichkeit gar kein großzügiger opferer ist sondern in unseren hauptvarianten hat er nicht nur das material zurückbekommen sondern sogar was gewonnen also am ende ist es gar eine petite combinaison ich wollte trotzdem noch zu diesen den königsinder von dem aric braun der war vorhin so schön vielleicht läuft mir der beim scrollen nochmal über den weg jawohl hier also da haben wir gar nicht viele neue züge wir waren zuletzt hier drin bei fritz 5 und der aric braun hat sich hier an der stelle der hat einfach die spannung aufrecht erhalten und hat hier f3 gespielt was eben dem läufer auch das rückzugsfeld f2 schafft es soll auch schon Leute gegeben haben die gesagt haben en passant schlagen kann ich im nächsten auch noch aber das ist durch die regeln nicht gedeckt das darf man wirklich nur einen halbzug lang und jetzt kam dame b8 es ist insofern ein merkwürdiger zug aber gut vermutlich will er irgendwie den vorstoß b5 unterstützen er könnte auch drüber nachdenken mit dame a7 zu arbeiten aber das macht so ein bisschen masochistischen eindruck jedenfalls das was braun hier macht macht auf mich einen guten eindruck also ich will hier nichts verschreien aber ich habe den eindruck bei schwarz passt hinten und vorne nichts zusammen dieser Springer e8 ist fürchterlich schlecht platziert der königsindische Läufer der nichts tut ist meistens ein schlechtes Zeichen dem könnte man nur Leben einhauchen das wäre übrigens auch nicht das erste Mal in so einer ähnlichen Stellung dass schwarz F schlägt E spielt und im nächsten Turm F4 spielt und ein Qualitätsopfer anbietet aber in der Regel hat Weiß sogar den Vorteil dass er dieses Qualitätsopfer gar nicht würde annehmen müssen also auf mich macht das was der Arik Braun hier hat einen sehr guten Eindruck aber gut ist natürlich noch ein bisschen früh was zu sagen jedenfalls diese Kombination von Springer E8 und damit B8 das wirkt alles wenig harmonisch so wir hatten doch vorhin auch noch ein paar andere Partien wir haben insgesamt 100 Stück und ich habe ja schon um Entschuldigung gebeten dass ich nicht sogar allen was würde sagen können das wäre ja auch etwas viel verlangt aber wo haben wir was ja also die Partie hat es mir einfach auch angetan noch einmal mehr Richard Rapport gegen Fabiano Caruana und das ist auch eine sehr schöne Stellung was mir daran so besonders gefällt ist dass die Stellung einfach Perspektiven für beide Seiten bietet Rapport hofft auf seinen Läufer G2 und hofft eben auf die weißen Felder und da es im Schach ja bekanntlich nie was geschenkt gibt schon gar nicht von so Spielern wie dem Herrn Caruana der hofft natürlich darauf dass er hier auf den schwarzen Feldern was macht jetzt habe ich hier fast ein Zentrum eingezeichnet wenn auch ein Tick zu weit links jetzt müssen wir aber trotzdem vor lauter Malen trotzdem auch noch einen Zug machen der letzte Zug von Schwarz dieses ja das hatte ich noch genannt vorhin Springer A3 und ich habe gesagt mit so einem Zug wie Dora 3 muss weiß sehr sehr vorsichtig sein weil Schwarz womöglich viel zu schnell zu Springer D5 C3 kommt und Rapport der weiß das natürlich viel besser als ich der hat hier mit Springer A3 erstmal einen Entwicklungszug gemacht und jetzt nach Springer D7 jetzt hat er sich gesagt jetzt ist der Springer von C3 so weit weg jetzt kann ich mir D3 leisten gut Turm Anton 6 wie soll ich Ihnen den verkaufen wenn ich jetzt sage der zieht vorsichtshalber den Turm aus dem Läufer raus ist es ein kleiner Teil der Wahrheit aber wahrscheinlich nur ein kleiner vielleicht will der ja auch schlicht und ergreifend in der A-Linie verdoppeln also vorhin war ich sehr angetan vom weißen Spiel inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher dieses Springer D7 und Springer C5 das ist einfach ein Manöver damit kombiniert er die Angriff und auch Verteidigung weil der Springer nicht zuletzt auch B7 deckt also das hat Caruana gut hingekriegt und ich kann es nur einmal mehr sagen der Kapitän der Baden-Badener der hat wieder wunderbare Arbeit geleistet hatte ich vorhin schon gesagt als Levonaronian gestern schwarz aufs Auge gedrückt bekommen hat und gewonnen hat hat er gesagt bekommen hat das probieren wir gleich nochmal vielleicht klappt es ja wieder und Caruana ich glaube der hat gestern gar nicht gespielt der ist heute reingekommen und in der ersten muss man sowieso immer mit schwarz anfangen also das klappt anscheinend hervorragend gut nehmen wir seinen Nachbarn noch mit dazu das ist von strukturell ganz interessant was Vachier Lagrave und Racker hier haben also den Herrn Vachier Lagrave den kennen sie bestimmt alle der ist auch der kurz seinen eigenen Namen immer ab mit MVL Maxim Vachier Lagrave Kurt Schneu konnte ihn übrigens aus irgendeinem Grund nicht leiden der sprach von ihm immer als der Mann mit den zwei Namen ich weiß nicht ob er das abwertend fand oder nicht ist auch wurscht jedenfalls spielen die hier ein ganz spannendes Leningrader System zumindest sah es für mich so aus Moment ich muss noch ein Wort zum Gegner auch sagen das wäre unfair der Markus Racker der ist inzwischen der beste österreichische Spieler sowieso das ist er schon länger aber der hat glaube ich erst vor zweitesten hat er auch an den 2700 gekratzt der hat es ja auch mal gehabt sogar einmal nicht nur virtuell sondern schwarz auf weiß und damit könnte man auch so weit gehen also unsere österreichischen Nachbarn haben immer gesagt ja der Markus der ist jetzt der stärkste Spieler im deutschsprachigen Raum und da lässt sich überhaupt nichts dagegen sagen ist er heute spielen die naja das ging eigentlich als ich finde es immer stinklangweilige Variante dieses Grünfeld und mit D4 und D5 jedenfalls wird es gleich interessanter gleich gehen die Komplikationen los jetzt haben wir schon ein Ungleichgewicht geschaffen Vasjela Graf der hat schwarz diesen Bauern auf E4 gestattet und hofft dass der schwach wird und jetzt kommt der erzwungene Übergang zum Holländer also erst F6 und dann F5 gewinnt meinetwegen noch ein halbes Tempo weil D4 angegriffen ist und jetzt wird es richtig spannend auf den Zug muss man erst mal kommen also ich habe den Eindruck der schafft sich Löcher überall gleichzeitig auf der anderen Seite wird es eben so sein da ist ja kein Stümper am Werk der hat sich bestimmt genau ausgerechnet was dahinter ist der nächste Zug ist nämlich trotzdem derjenige das ist eine Sache die uns die Engines einfach beigebracht haben also meiner Generation hätte man noch beigebracht dass so ein Zug wie Läufer schlägt E5 also der Abtausch des göttlichen Fianchetto-Läufers gegen einen Springer dass der eigentlich auch zu den sieben Todsünden gehören könnte die modernen Supergroßmeister heutzutage die sind da weit weniger voreingenommen die rechnen halt und sagen da kommt am Ende was Gutes raus deswegen mache ich das und naja schauen wir mal ob wir den nächsten Zug auch schon haben jetzt ist er doch am überlegen und das Ganze geht jetzt schon mal so los muss Markus Ragger hier muss der D4 D5 als Drohung betrachten oder ist das gar nicht schlimm ist auf den ersten Blick nicht einfach zu entscheiden wahrscheinlich ist es gar nicht schlimm wenn weiß zu D4 D5 sich veranlasst sehe hätte Schwarz noch machen wir mal frische Farbe mal was Blaues könnte sich Schwarz noch mit A3 dagegen verteidigen dann hätte nämlich der Läufer plötzlich gar keine guten Felder mehr also insofern hat Schwarz so einen halben Zug Zeit auf der anderen Seite mir ist trotzdem nicht so klar was er denn mit dieser Zeit anfangen könnte ob es denn zum Beispiel sinnvoll ist E7 E6 zu spielen damit würde D4 D5 sowieso aus der Welt schaffen und was er eben mit E6 auch ermöglichen würde wäre dieses Springer Manöver Springer E7 D5 also das wäre eine feine Sache wenn Schwarz das schaffen würde also das ist die Partie wir haben heute richtig tolle Partien das wird richtig spannend und es ist ganz einfach so mit Läufer schlägt E5 hat eigentlich Racker dieses Ungleichgewicht geschaffen und wenn man wenn er später auf G7 matt gesetzt wird würde jeder sagen naja den Läufer hergeben war ja wohl Blödsinn aber danach sieht es für mich trotzdem nicht aus und es ist trotzdem dieser Läufer G2 der beißt eben trotzdem immer noch auf diesen Granit Schwarz hat hier eine vollkommen geschlossene Bauernkette an der weiß nicht so schnell vorbeikommen wird gut die Partie ist mir vorhin entgangen die nehmen wir jetzt auch noch ich glaube wir haben unsere Favoriten mehr oder weniger gefunden jetzt schnell zurück zu Anand da waren wir zuletzt drin bei Turm G8 ja ich hatte H5 natürlich wie so vieles andere auch nicht kommen sehen aber dafür habe ich sie ja alle mir ist der Zug genannt worden und weiß hat Springer C4 gespielt und ich glaube das ist weniger so dass er vielleicht will er auch D6 schlagen also entweder D6 schlagen oder eben Springer E3 spielen also der Springer hat gute Perspektiven Aha der löst dieses Zentrum einfach auf und der Vichy sagt sich zu Recht ich habe hier ein derartig befestigtes Monster im Zentrum stehen dass mir nicht viel passieren kann der Springer der ist geschätzte hundertmal gedeckt also in Wirklichkeit sind es nur viermal aber der ist wirklich fest einzementiert und schauen wir mal was dem Herrn Lamy hier einfällt also der haut den einfach raus hat ihm aber nichts geholfen der nächste ist da und naja wenn ich jetzt sage jetzt ist klar dass weiß besser steht ist es vielleicht auch ein wenig übertrieben auf der anderen Seite glaube ich es eigentlich schon Dame H7 also das ist ja wirklich eine seltsame Aufstellung zumal es ja immer noch so ist gern darf ich meinen Satz noch zu Ende sagen also G5 droht schwarze nach wie vor nicht und jetzt die Frage bitte das schwer zu sagen wir sind ja noch von einem Endspiel weiter weit entfernt und es gab früher mal diesen allgemeinen Lehrsatz der besagte dass die verschiedenfarbigen Läufer dem Angreifer nützen es gab auch Spaßvögel die später sagten die verschiedenfarbigen Läufer nutzen dem besseren Spieler also dafür gibt es natürlich auch Beispiele und ich habe gestern paar mal von Tworecki erzählt und Tworeckis Lieblingsschüler war der Großmeister Swagintsev also einer von denen wo man auch nie sich sicher sein kann dass man seinen Namen richtig ausspricht aber Swagintsev der hat anscheinend diese ganzen Aufgabenkomplexe die Tworecki ihm stellte mit dem Thema verschiedenfarbige Läufer das hat er alles wie eine Maschine gelöst ohne nachzudenken ja hier da so klar natürlich und da war Tworecki sehr sehr beeindruckt aber ich denke da wird Wischi auch nicht viel schlechter sein gut sag mal ein positives Ding über die schwarze Stellung viel positives fällt mir nicht ein Schwarz hat ja auch einen Zentralspringer und das einzig gute aus schwarzer Sicht ist natürlich trotzdem dass der Zentralspringer wenn weiß den vertreiben will schwächt er den Bauern D4 und das Zentrum ich könnte mir trotzdem vorstellen also der naheliegendste Kandidatenzug für Anand ist natürlich Turm AE1 das liegt ja auf der Hand der Turm hat noch gar nicht gezogen aber gut wir können ja jetzt auch versuchen das naheliegende durch was frecheres zu ersetzen und na gut ich probiere jetzt einfach mal zum Spaß C4 und sage ist mir doch wurscht wenn Anands Zentrumsbauer schwach wird also die Idee ist eben gelegentlich dann auch mit Dame A3 auf A7 loszugehen und ganz und gar ungefährlich ist das nicht also mich würde es trotzdem nicht wundern wenn er mit Turm AE1 anfängt ganz einfach deshalb ich mag immer diese Schnittstellen deswegen male ich sie mal ein wenn er einen Turm auf E1 hat hat er eben auch noch diese Schnittstelle auf E7 und ich will nichts verschreien der Irwin Lamy ist ein sehr netter Mann und ich kann ihn gut leiden und vielleicht ist seine Stellung ja auch völlig in Ordnung aber es kann auch schnell schief gehen also die vielleicht helfen die verschieden farbigen Läufer hier wirklich einmal mehr dem Angreifer gut was haben wir sonst noch aus dem Match Nikolic naja gut das ist halbwegs weniger spannend nehmen wir mal den Herrn Neidetsch noch dazu das hatten wir vorhin schon und das ist strukturell auch ziemlich interessant wir waren drin bis Turm C1 wenn ich mich recht erinnere ja hier und Arkady Neidetsch hat hier B5 gespielt und den Springer naja im Prinzip auf das wirklich hässliche Feld B2 getrieben auf der anderen Seite naja warten wir es ab also Schwarz will zum Einstieg auf C4 kommen das ist gut aber ob es ihm was hilft bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher wenn wir jetzt mal eine kleine Zwischenbilanz ziehen könnte man sagen Schwarz hat schön viel Raum am Damenflügel dank des Bauern C4 er hat auch einen wunderbaren Läufer auf B7 was er allerdings auch hat ist er schlechter entwickelt und weiß hat an beiden Seiten des Brettes Chancen also der hat die Möglichkeit mit Springer G5 gegen H7 zu arbeiten das ist eine Sache und die andere Sache die glaube ich noch viel einfacher ist weiß kann eben diesen Raum Nachteil am Damenflügel wettmachen indem er A4 A5 spielt und dann haben wir einmal mehr das Thema Schnittstelle also das gewinnt auch noch Zeit und verliert gar keine also das wäre zwar eine Überraschung aber ich habe den Eindruck dass Florian Handke hier besser steht vielleicht übertreibe ich aber sind also es gibt noch mehr Züge Turm Dorothea 5 na gut steht der da gut ja von mir aus aber geht schon los jetzt bin ich wirklich spannend jetzt muss Neidich was furchtbar Pfiffiges finden wenn man den weißen Liese würde der mit dem Springer sich im Zentrum einlisten und insbesondere wenn er dann noch Läufer C5 schaffen würde also wenn es vereinfacht gesagt wenn der weiße Springer irgendwie einen Weg nach D6 oder C5 findet in Verbindung mit Läufer F3 könnte es sehr sehr schwierig für Schwarz werden also hier ist Arkady gefragt und gut vielleicht wird er denken dass ich spinne wenn ich sage ich denke schon über desperate Opfer Maßnahmen nach auf B4 wahrscheinlich ist es übertrieben aber er muss sich wirklich was Konkretes einfallen lassen gut wir können den nächsten Zug wunderbar nehmen wir den mit dazu da muss man erst mal drauf kommen und genau so einen Zug hat der Arkady übrigens erst vor paar Tagen bei der Krenke Jazz Classic von der ich jetzt schon ein paar Mal erzählt habe gemacht da ist er mit dem Springer nicht nach B8 das ist ja noch halbwegs normal in Karlsruhe ist er mit dem Springer da war auch ein ganz unfähiger Kommentator am Berg der den Zug überhaupt nicht hat kommen sehen aber dieses Springer A8 das empuppte sich als fürchterlich stark und jetzt der Springer B8 der soll nach D7 natürlich den Läufer hochkant wieder rausschmeißen und eben auch das Feld C5 schützen also definieren wir es als ordentliche Verteidigung aber auch nicht mehr ich will es nicht zu schön reden also Arkady ist im Moment dabei sich zu verteidigen also das wäre ein bisschen optimistisch zu sagen der wird jetzt noch da mit C6 spielen und dann auf G2 matt setzen also ich glaube Drohungen in der langen Diagonale hat er überhaupt keine die partie habe ich bisschen aus den augen verloren jetzt nehmen wir erst den königsinde da haben wir nur ein zwei neue züge aber ich finde es immer schön wenn man so eine partie auch bis komplett sieht das ist für mich zum beispiel ist es sehr gefährlich ich darf zu hause nicht auf die idee kommen und sage ich schaue mal kurz schnell da rein wie es steht das ist für mich ganz schlecht weil dann will ich auch wissen wie es ausgeht und dann wird aus kurz immer lang wir waren drin bis springer b3 und der schwarze hat insofern naja man muss den sinn des schwarzen für die realität bewundern der hat gesagt dieses ganze b7 b5 wäre schön ist aber unrealistisch ich spiele b6 und überdecke den springer c5 und wahrscheinlich hat er recht damit so schauen wir wie es weiter ging also weiß spielt im grunde genommen fürchterlich normal weiter und über den weißen könig habe ich noch kein wort verloren aber es ist tatsächlich so wenn weiß das wollte und wenn er lustig ist spricht überhaupt nichts dagegen lang zu rochieren der könig steht dann später auf b1 fürchterlich sicher zum beispiel auch wenn man dann hier ein springer auf b5 verankert dann steht der könig hinter dem springer b5 irgendwann sagenhaft gut also mir gefällt die schwarze stellung nach wie vor eigentlich überhaupt nicht wenn ich ehrlich bin und so jetzt kriege ich so langsam bin hier wie der der wie der zauberlehrling der die pfeile gerufen hat und jetzt kriege ich sie nicht mehr los aber jetzt sind sie weg schwarz hat ein problem gelöst das andere hauptproblem hat er nach wie vor der springer e8 leistet nix und das ist schwer also übrigens deswegen dieser zug d schlägt c6 der kann manchmal schon gut sein allerdings wird sich der weiße das gründlich überlegen weil er wenn er auf c6 schlüge dann hätte schwarz plötzlich eine route auf gute felder also der macht das nur wenn er denkt wenn er sich sicher ist dass so eine schwarze springer wanderung richtung d4 oder f4 vollkommen unrealistisch ist so aber ich hatte ihnen doch vorhin einen super spannenden sizilianer versprochen und da hat sich auch nichts dran geändert wir waren zuletzt ungefähr hier drin und da hatte ich noch erzählt dass ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher aber ich habe in weigernsee diese partie kommentiert in der luke van weli der jetzt auch schon bis zu den älteren großmeistern gehört aus so einer ähnlichen stellung heraus von einem jungen chinesischen großmeister entsetzlich vermöbelt wurde und der hat die vermöbelung eigentlich gar nicht mal am brett finden müssen sondern hat die ganze arbeit schon zu hause gemacht gehabt und diese einschläge die hatte king luke am brett abbekommen gut also dieses g5 das schaut ja fürchterlich vermessen aus und frech aus ist aber teil einer normalen strategie die strategie besteht einfach darin schwarz will mit springer e5 den springer im zentrum befestigen der deckt reichlich und steht dort prima und der bauer g5 soll den springer e5 vor angriffen schützen also das passt schon zusammen moment mal das hat der h5 gespielt also ich will den zug jetzt nicht schlecht reden allerdings ich hätte hundertprozentig gedacht dass barabitze jetzt springer e5 spielen soll gut vielleicht ist das ein zug den die vorsichtigen älteren spieler wieder gerne gemacht hätten damit hätte ich aus meiner sicht erst mal gelöst und hätte gedacht jetzt ist e6 endlich doppelt gedeckt und ich muss nicht in jedem zug damit rechnen dass der da rein schlägt also ich finde h5 sehr überraschend eigentlich ist der zug g5 normalerweise eine positionelle maßnahme und nicht der auftakt eines angriffs am königsflügel aber gut der sagt sich mit springer e5 gewinnigen tempo und das werde ich dazu nutzen mit springer g6 diese fesselung aufzuheben vielleicht hat er ja recht naja auf der anderen seite das ist jetzt eine schwierig einzuschätzende stellung aus der sicht von schwarz ist es wunderbar dass der läufer b3 auf granit beißt das ist prima aber die halb offene g linie ist aus der sicht von schwarz leider nichts wert weil der springer das eigentlich alles verstellt und die mittelfristige frage ist sowieso was um himmels willen mache ich mit dem könig also ich glaube die kurze rochade kommt nicht in frage und die lange eigentlich auch nur im notfall also ich finde die stellung wirklich interessant gibt keinen neuen zug entschuldigung ja jetzt habe ich schon wieder ein grünes licht gut also das ist eine prima stellung und das wird auch noch spannender werden so jetzt nehme ich noch den königs inter ganz einfach weil er neben dran ist da haben wir zwei weitere züge turm f7 ist mir vorhin schon mal vorgeschlagen worden das ist eine standard maßnahme im königs inter wonach man eben auch mal mit läufer f8 d6 decken kann das ist gut schwarz weiß hat lang rochiert das ist auch gut der verbindet die türme bevor er dann eben doch mit h5 auf den schwarzen los geht und jetzt hat schwarz auf d5 genommen das ist immer witzig weil dieser bauer ist ja wirklich vielfach gedeckt und anscheinend ist sich ja der arig trotzdem nicht so sicher wie rum er denn zurückschlagen soll also mich wird sehr überraschend wenn er mit dem ebauern schlägt das macht eigentlich wenig sinn macht es denn sinn mit dem springer zu schlagen das schaut fürchterlich normal aus und der springer der soll dann womöglich sogar bei der ersten gelegenheit wieder zurück also auf die art und weise hätte schwarz eben wirklich einen entsetzlich rückständigen bauern und keine besonders gute stellung also ich nehme an der schlägt mit dem springer wir können noch andere vorschläge auch mit rein nehmen c schlägt d5 naja also mir gefällt es eigentlich nicht besonders wenn ich ehrlich bin es kommt auch in betracht mit b2 hat weiß keine schwierigkeiten und diese h5 geschichte die hält er nach wie vor am laufen also ich denke mal weiß steht in jedem fall besser aber ich würde trotzdem zum schlagen mit dem springer raten so ich gehe jetzt trotzdem zurück zu dem julio grander und dem michael bezold einfach um zu sehen was aus diesem turm opfer geworden ist ja gar nicht viel also hier im 19. zug hat es auf f7 geknallt und wir hatten definiert ja also gespielt hat der könig schlägt f7 wir haben einen moment lang gedacht dass schwarz noch eine halbwegs sichere alternative hätte die in springer schlägt g5 besteht aber da habe ich ihre variante aufgenommen herr krenke das funktioniert überhaupt nicht dann ist turm schlägt d7 fabelhaft gut mit doppelangriff auf diese ganze springer bande und da kommt schwarz schlicht und ergreifend nicht zurecht also da wird irgendein dieser springer verlieren man könnte jetzt noch nachdenken ob e5 kommt läufer d5 schach das wird ein massaker also das geht überhaupt nicht also da kommt schwarz nicht zurecht also der michael bezold hat in diesen sauren apfel auf f7 gebissen und wird sich wahrscheinlich schon denken arg bekömmlich wird das nicht sein natürlich hat weiß dame h5 gespielt und ich hatte ihnen das schon vorhin angedeutet der wird den angriff mit turm f1 moment ich erhöhe hier auf rot und oder läufer e4 fortsetzen wobei springer d5 auch noch ein thema sein könnte also ich habe den eindruck dass schwarz mit all diesen sachen auf dauer nicht zurecht kommen wird dass der angriff wirklich übermächtig werden könnte aber ich bin keine engine ich bin nur einer der bisschen erfahrung am raten hat und schaut jedenfalls gut aus und der hat er bis jetzt hat er nur einen bauern für den turm aber die tendenz ist steigend also das der wird noch mehr dazu bekommen jetzt kommen wir der ordnung halber diese zwei anderen partien noch mit dazu nehmen das war auch ganz interessant hier von dem friso naibur da hatte ich mich vorhin drüber mockiert und habe gesagt ich finde es sehr bedenklich dass die spieler von bayern münchen anscheinend verlernt haben dass man auch rochieren kann da haben wir in mehreren partien schwarze könige die nach f8 getrieben wurden wir können uns noch mal angucken den moment wo es los ging also das war hier im sechzehnten zug vielleicht ist es auch ganz instruktiv also vielleicht sagt der sich ja der linus in wahrheit ist es eine tiefe positionelle falle ich locke den zu c5 und jetzt habe ich diesen wunderbaren springer im zentrum und diese springer e5 nebst dame a4 geschichte die werde ich aussitzen können also ich bin mir da nicht so sicher jetzt hat er wirklich den könig in der mitte und es ist trotzdem so dieser springer d5 der steht gut der verhindert zum beispiel dass weiß zu läufer c3 kommt und schwarz plant läufer f6 und könig g7 und dann schaut die stellung plötzlich schon wieder viel normaler aus wenn er das hinkriegt also dann hätte er wirklich eine sogenannte künstliche rochade hingekriegt ich habe das mal in irgendeinem partie kommentar gelesen der war auf englisch und mir war gar nicht klar was künstliche rochade auf englisch heißt aber da hat jemand tatsächlich geschrieben dass der morosevic in der partie he was castling by hand und dann war noch ein kommentar dazu der morosevic ist in der partie mit seinem schwarzen könig über e8 d7 c6 b6 a7 nach b8 gelaufen und das hatte ein kommentar gehabt in der partie damals was castling by hand und er hätte auch noch die scenic route genommen also da wo es noch ein bisschen eine aussicht gab ob c6 und b6 das hat er auch noch mitgenommen gut keine ahnung ob das wirklich so heißt vielleicht hat das ja auch ein russe in wahrheit so kommentiert schwer zu sagen jedenfalls dann machen wir es thematisch gleich dazu eigentlich bin ich es von dem thomas reich dem graust auch von nix also rosolimo sizilianisch und das ist auch eine schöne geschichte alle spieler die damals als boris gelfern und vichy annand in moskau den wm kampf spielten und da kam ständig dieses sizilianisch mit drittens läufer b5 und alle großmeister kollegen die neidisch waren weil die zwei so viel geld verdienen in moskau und gesagt haben das sei doch aber furchtbar langweilig gewesen was die spielen die haben hinterher alle auch das gespielt und fanden das dann plötzlich furchtbar spannend aber mit dem zug haben sich natürlich die wenigsten auseinanderzusetzen gehabt also das schaut ja wirklich aus wie ein anfänger zug auf der anderen seite ich war mein ganzes leben lang ein großer fan und zwischendurch auch freund von tony malz und der hat den zug auch schon gespielt gehabt also der tony war verrückt genug um auch so ein zug wie springer a5 mal raus zu hauen schauen wir mal also das geht ja gleich munter weiter da hat sich der christian braun also nicht der arig braun das ist der christian braun an den habe ich ganz schlechte erinnerung der hat mich vor zwei jahren bei einer deutschen meisterschaft mal fürchterlich geputzt also der hat gleich mit b4 ein bauern geopfert und hat jetzt so eine volga ähnliche kompensation jedenfalls hat es auch zu einer situation geführt schwarz hat auf die rohade verzichten müssen und ich weiß wirklich nicht wie das hier einzuschätzen ist ich bin wirklich einer der ganz oft schon gesagt hat dass ich lieber den bauern hätte als die kompensation am allerliebsten natürlich sowieso den bauern und die kompensation aber das kriegt man halt selten schauen wir mal ein paar züge weiter ob schwarz hier zurecht kommt also der thomas reich hat seinen damenflügel immerhin halbwegs sichern können und will jetzt doch irgendwann auf c4 einsteigen und naja da ist er halt also das ist spannend ich bin mir nicht so sicher der turm h6 der wird für lange zeit vom spiel so ein wenig ausgeschlossen sein aber der bauer ist eben auch wichtig also schauen wir mal und jetzt muss ich doch ganz in der nähe von dieser verrückten geschichte sein wo ist denn jetzt diese partie ja da ist sie die von dem zaragatzky und dem beletzky das hatte ich ihnen vorhin schon gezeigt und da wir hier ja unter uns sind kann ich das ja auch ruhig sagen also so ein blödsinn habe ich überhaupt noch nie gesehen ich habe natürlich aber auch noch nie gesehen dass schwarz nach so wenigen zügen bereits so viel raum am damenflügel erobert hat das muss ich ja zugeben und wie ging es denn weiter ja hier hatte ich vorhin den zug e6 genannt der wäre mir hochgradig seriös vorgekommen mit der idee nach springer g3 jetzt auf c2 einzusteigen jetzt ist damit d2 pflicht und vielleicht kann man jetzt trotzdem mit springer c6 a5 arbeiten und c5 spielen von mir aus aber gut vielleicht sagen die naja ihr alten meister ihr seid so sehr auf der suche nach dem normalen dass ihr die spannenden bunten bilder die wir produzieren können gar nicht ausreichend schätzt jedenfalls hat der beletzky wirklich naja man kann schon sagen rotzfrech den geber und einfach weggenommen und schauen wir mal was wie das weiter ging also jetzt ist er doch nach c2 und jetzt bin ich gespannt was kümmer dem weißen hier empfehlen ist jetzt ein springer zugut oder ist die rochade gut also auf den ersten blick na gut jetzt habe ich schon gesehen was er gemacht hat dann führe ich sei den gottes namen aus also eins muss man ihm lassen dem herrn saragatzky also wenig energisches vorgehen kann man ihm wirklich nicht vorwerfen was hat er hier vor nehmen wir mal an schwarz sagt sich ich nehme mal alles weg also vielleicht will er jetzt dame f4 spielen und so langsam ist es natürlich trotzdem so dass dieses springer e5 das wird immer stärker und stärker als drohung weil es ja eben nicht nur auf f7 sondern auch noch auf a8 los geht also ich habe überhaupt kein gutes gefühl bei dem was schwarz hier macht und e4 ist insofern halt eine spannende geschichte der spielt einfach mehr einmal mehr den schärfsten zug er hätte natürlich auch hier nach springer f6 die rochade ist natürlich auch ein ganz normaler kandidat wäre der erste zug gewesen über den ich nachgedacht hätte und dann hätte ich mir gesagt ja jetzt ist doch alles wunderbar jetzt drohe ich springe e1 mit demaskierung des läufers und mit beseitigung des störenfriedes auf c2 aber das war saragatzky nicht gut genug der will noch mehr und schauen wir mal was es wird also ich habe den eindruck der der will schnell gewinnen und das könnte auch klappen das macht einen unguten eindruck was schwarz hier hat also schlagen hat wirklich dame f4 zur folge und auf jeden anderen zug kommt mehr oder weniger auch noch e5 und d5 und schwarz wird dann entsetzlich zurückgedrängt also mir gefällt es nicht aber gut es muss ja nicht mir gefallen der alexander beletzky muss damit zurecht kommen ja gerne also sie wollten jetzt auf g3 tauschen aha statt dame f4 wollten sie auf e4 tauschen ok und jetzt dame f4 spielen das bedroht den läufer und es bedroht auch einmal mehr springer e5 ich verstehe aber na gut jetzt muss er entweder wahrscheinlich muss er jetzt auf läufer schlägt f3 spielen und nach läufer schlägt f3 ja gut so schön ist immer noch anders aber vielleicht schafft er jetzt trotzdem hier irgendwie was stabiles aufzubauen dann wäre die welt wieder in ordnung ich dachte weiß muss paar figuren mehr behalten deswegen wollte ich hier dame f4 spielen gut wir können das noch spaßeshalber einen halbzug länger versuchen zu klären wenn schwarz jetzt auf g3 schlägt kann ich es mir natürlich einfach machen und sagen dann schlage ich zurück aber man könnte auch einen moment schon über springer e5 nachdenken aber gut jetzt sage ich so selbstverständlich das ist auch was was man meiner generation beigebracht hat dass man im zweifelsfall immer von außen nach innen schlägt aber hier ist es vielleicht nicht mal blöd so rumzuschlagen weil man dann mit der kurzen rohade in der f-linie auch ganz schön ärger veranstalten kann also ich bin sehr ungern einer der anderen sachen kaputt redet aber ich habe kein gutes gefühl bei dem was schwarz sich hier geleistet hat das ist glaube ich eine faire stellungsnahme gut schauen wir mal zu leuten die sich weniger kriminelle sachen geleistet haben na gut jetzt sind wir schon den umweg nehmen wir gern michael bezold der hat nach dame h5 nichts besseres gefunden als könig g8 aber natürlich kam jetzt dame schlägt g6 und es bleibt dabei diese drohung läufer e4 die bleibt und die bleibt die wird immer schlimmer ja aber läufer e7 ich habe hier auch noch einen dicken ja der so mit läufer e7 g7 also die idee von läufer e7 wäre mit springer f8 zu arbeiten ja wie ich schon bin ich ein großer fan von der lausen springer mit dem man nie matt gesetzt wird aber ich glaube den kriegt man nicht mehr hin wahrscheinlich kommt der gleich springer d5 oder irgend sowas also nehmen wir den nächsten zug von bezold der hat hier d6 d5 gespielt und naja also erst immer erst die positive seite der medaille er gibt seiner dame freie sicht richtung g3 und das soll den meisten gelegentlich fürchterlich stören ehrlich gesagt gut also springer ce2 kriege ich hier als vorschlag mir kommt mir kommt es mit verlaub gesagt überpositionell vor also ich bin mir wird eigentlich naja ich würde nicht hoch wetten aber ich bin mir ziemlich sicher dass hudi okranda hier was schärferes finden wird also was schärferes könnte sein springer schlägt d5 oder springer f5 also all diese geschichten liegen im raum und also es schaut jedenfalls fürchterlich gefährlich aus und inzwischen ist es ja trotzdem das muss man noch dazu sagen es ist ja so der hat ja kaum was weniger ja aber er hat schon bauern dafür also c schlägt d5 ist auch kein fürchterlich dummer zug das lässt den turm c1 mitmischen das beißt den zweiten bauern ab für die qualität es schafft das feld e4 also das einzige woran durchmann gestört sein könnte ist und bleibt dieses dame g3 aber also ich glaube das wird schnell in die hose gehen für den michael bezold aber warten wir es ab noch ist nichts entschieden ich würde jetzt gern mal noch irgendeine hier muss es doch auch fans der berliner geben was ist denn die interessanteste partie aus den berliner wettkämpfen ich glaube ich habe da noch gar keine genommen und das ist ja eigentlich ich bin ja ein unhöflicher gast wenn ich da über gar nichts rede ne der tisch bierig der wohnt zwar in berlin der spielt aber für dresden das gilt auch nicht ich habe vorhin versucht auch frauen partien aufzurufen aber das hat nicht geklappt ich kann es noch mal probieren sie haben völlig recht ja das ich habe gestern gelernt dass das alles furchtbar schwierig ist wenn man sowas überträgt schauen wir mal ob das was wird ne das schaut doch schon wieder so aus ja also ich finde sie einfach nicht wir bleiben bei unseren partien die wir haben und wir sind ja jetzt wahrlich nicht schlecht versorgt oder haben wenig spannende partien bleib mal bei der rund das probiere ich mal den klick noch gut habe ich es gemacht ich bin heilfroh dass nicht wieder alles verschwindet insofern lassen wir das einfach mal so wie es ist wir haben glaube ich sehr schöne partien ausgesucht über die wir reden können nehmen wir als erstes wieder unseren ex weltmeister den vichy annand da waren wir zuletzt hier drin bei dame hans sieben oha und vichy hat tatsächlich hier sofort c4 gespielt und diese relative schwäche auf d nicht auf e4 auf d4 in kauf genommen aber er sagt sich vermutlich das ist kein problem gut könig b8 das ist typischer zug da könnte man sagen mixed messages auf der einen seite deckt der könig den bauern a7 das ist gut aber er geht eben auch in diesen läufer h2 direkt rein schauen wir mal ob ein weiteres zug haben wir gar nicht also wir könnten jetzt zum beispiel mal darüber nachdenken darüber denkt vielleicht vichy annand auch nach ich weiß nicht ob es sinnvoll ist ist g4 hier eine überlegung wert oder lehnt sich weiß damit zu weit aus dem fenster also wie immer hat zwei positive seiten hat zwei seiten also der läufer würde vertrieben also nach dem abtausch und wenn schwarz jetzt sagen wir läufer c8 spielt jetzt hat der bauer g4 nimmt dem schwarzen das wichtige f5 aber da bin ich mir eben nicht so sicher zum beispiel dame g3 jetzt kann sich schwarz plötzlich doch wieder springer f5 leisten weil der turm g8 mitmischt in der g-linie also ich bin mal also g4 ist riskant und ich denke mal vichy würde das nur spielen wenn das wirklich so weit ist dass er irgendwas bis zum schluss ausrechnen kann fragen sie ruhig dafür bin ich da also hier dame f4 ja gut das ist sie haben recht das dann ist nicht dieses vis-à-vis zu dem turm da ja ja und was ist eigentlich was droht eigentlich springer f7 ja gut dann müsste halt turm d7 machen also es gibt noch keinen sofortigen totschlag aber es ist trotzdem eine überlegung wert ich bin mir nicht sicher ob g4 dann nimmt schwarz mit dem springer und dann deckt plötzlich die dame auf c7 das wäre zu einfach also ich bin mal über diesen vorschlag g4 wirklich nicht sicher ich habe es mal eingemalt hier weil es sich ja auch mit einem klick wieder entfernen lässt und vichy wird sich das natürlich gründlich überlegen gut bleiben wir kurz bei dem match wir hatten ja da etliche sehr sehr interessante partien bei arkady neidic da hat sich jetzt einiges getan da waren wir bei springer b8 drin mit springer b8 wollte neidic den läufer b6 hochkant wieder rauswerfen und eben auch das feld c5 verteidigen und der florian handke der greift weiter an läufer d4 und läufer b4 oha also das wird jetzt richtig spannend also weiß hat der hat was gewagtes gespielt jetzt ist seine bauernkette zerstört immerhin gut für mich die schnelle chance auf einen wahrlich roten pfeil es droht matt da gibt es doch gar nicht so viele möglichkeiten das zu decken ja es gibt eigentlich nur g6 und wie soll weiß jetzt den angriff fortsetzen ja aber läufer f3 ist keine fortsetzung des königs angriffes sondern der versuch ein bisschen material zu erwischen und ich glaube das war keine gute idee den b4 herzugeben vielleicht sollte ich trotzdem ausnahmsweise einmal kurz überlegen und nachdenken was soll schwarz jetzt spielen turmschläge d4 ist eine möglichkeit gefällt mir aber eigentlich nicht so besonders aber selbst wenn der jetzt einen ganz einfachen zug spielt wie läufer e7 und sich sagt nimm halt die qualität also die schwarze idee ist hauptsächlich irgendwann mit springer c5 d3 daher zu kommen und der a5 ist auch fürchterlich schwach also ich glaube hier hat schwarz eigentlich mehr als ausreichende kompensation für diese qualität und zumal er auch schon einen bauern hat also ich bin mir nicht so sicher wir können das nochmal ein zug lang überprüfen also ich mache immer ungern beim live kommentieren diese vergangenheitsbewältigung aber gab es denn irgendeinen grundverweis den b4 abzugeben also der hat so lange daran gearbeitet diese schöne stabile bauernkette zu haben und dann lässt er sie sich zerschlagen und ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz warum es hätte doch überhaupt nichts gegen läufer e3 gesprochen wenn er den turm so störend empfindet dann soll er ihn halt abtauschen im nächsten zug also ich bin mir nicht sicher und mir liegt es immer fern die spieler zu kritisieren aber ich denke jetzt ist neidet besser im spiel als er es in der ganzen partie bisher war gut dann können wir seinen nachbarn auch noch nehmen ne das war über dem herrnrapport jetzt springer schlägt e5 interessant also ich habe kein gutes gefühl dabei wenn ich ehrlich bin aber ich kann es im moment auch nicht widerlegen ja es hängt was in der e-linie gut das würde dann halt bedeuten dass mein zugläufer e3 na gut da kann man den bogoljugof kommentar dazu abgeben bravo auch falsch dann müsste ich halt also wenn dieses springer e5 tatsächlich funktionieren sollte woran ich ehrlich gesagt nach wie vor meine zweifel habe würde das bedeuten dass ich läufer f2 spielen muss wobei ich gern bereit bin zuzugeben dass mir der zug der schmeckt nicht so richtig das stört die harmonie im weißen lager und mindert auch die chancen was aktives zu machen aber gut jetzt warten wir doch erstmal ab wie die partie tatsächlich kommt ne wir haben schon den nächsten zug dann nehmen wir ihn mit dazu ja jetzt habe ich es gut nach springer g5 hat matt gedroht das hat man gesehen und wie die amerikaner sagen g6 box und box sagen die deshalb das informatorkennzeichen für einziger zug ist so schächtele und dazu sagen die amerikaner box und g6 hat er gefunden jetzt kam c schlägt b und turm schlägt d4 und was ist jetzt seine idee vielleicht hat er das ja 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 es bleibt spannend der geht mit dame c3 auf den turm los zum einen hat aber auch die wahrhaftig unfeine absicht mit dame h3 auf h7 loszugehen vielleicht hat ja der handke das viel weiter gerechnet als ich jetzt hier auf die schnelle vermutet habe also was macht was soll schwarz jetzt machen ja da mit c3 kam auch gerade schon der turm decken kann er ihn nicht nicht so geht es schon mal los also es gibt nur turm d5 und da haben wir h3 h5 box und den batschen wir raus oh weia also ich glaube hier hat hier nicht gerade irgendjemand gesagt der schwarze sei besser im spiel denn je das muss ja ein stümpfer gewesen sein weil im moment habe ich im moment habe ich den eindruck dass der weiße angriff gefährlich werden könnte jetzt zum d3 der staubtrockenläufer f3 ist wahrlich gut genug ja also gut also dann hat der herr handke jetzt schwenkt man um das macht man immer so wenn ein starker zug vom anderen kommt dann sagt man was interessiert mich das geschwätz von vorhin das war pfiffig und weit berechnet und diese ja jetzt komme ich schon wieder auf dworetzky der hat es mir dieses wochenende angetan der sprach von solchen zügen immer als strategische dual attacke auf englisch klingt es vernünftiger als auf deutsch jedenfalls greift die dame den turm und das fällt h3 an und damit indirekt eben auch den punkt h7 und jetzt hat er es schwer gut es kam schon turm d5 dame hans 3 und heiner 5 also soweit kam es und ich glaube jetzt wird er sich nicht lumpen lassen ja gut wahrscheinlich muss er jetzt könig g7 spielen mit der idee turm h8 also nicht dass es gut aussähe ja dann trotzdem turm h8 also wenn weiß jetzt keinen sofortigen totschlag hat dann wird schwarz entweder zu turm h8 oder zu turm d3 kommen im idealfall zu beidem und dann wird es wieder gemischt also aus ist es halt erst wenn es ganz aus ist also im moment sehe ich es noch nicht kann weiß jetzt läufer g6 spielen das ist legal dann kommt turm h8 und jetzt baue ich was gutes dame g3 ja das macht doch einen guten eindruck na gut vielleicht muss schwarz jetzt trotzdem die figur nehmen wahrscheinlich nimmt er sie besser sonst hat er was weniger und steht schlecht also wir könnten das jetzt noch ewig weiter vorantreiben keine ahnung was hier rauskommt womöglich noch f5 schließen wir es ab und sagen der weiße angriff ist gefährlich nach wie vor und aber vielleicht ist tatsächlich läufer schlägt g6 die pointe gut wir behalten die partie im auge wir haben ja etliche andere auch ne eine ganze weile nicht mehr geguckt haben wir bei dem mvl und dem markus ragger da waren wir zuletzt hier drin bei läufer b2 ja es kam tatsächlich e6 ich dachte e6 hätte die absicht springer e7 d5 vielleicht stimmt sie auch jedenfalls hat der genau dagegen was getan jetzt geht springer e7 d5 natürlich nicht weil b4 hängt gut wie ging es denn weiter also bachela graf scheint am damenflügel linien öffnen zu wollen und in der zwischenzeit habe ich eben trotzdem den eindruck dass weiß gut dran ist jetzt kam c4 und jetzt ist klar schwarz muss teufel komm raus en passant schlagen sonst ist er einfach positionell völlig erledigt da kann er nichts anderes machen und jetzt hat eben der springer c6 so seine schwierigkeiten läufer b5 dame e1 einmal mehr nett gemacht jetzt können wir wieder rot arbeiten es droht vernichtend turm csa5 mit doppelangriff auf turm und läufer und ich glaube schwarz verkehrt inzwischen in schwierigkeiten der hat zwar bisschen druck hier auf diesen bauern am damenflügel aber das wird nicht reichen ja also damit d2 war ein wichtiger zug und den damenflügel hat er auch in einem verweis geschickten moment geöffnet was auch kein wunder ist wir sehen hier schließlich auch einen top 10 spieler der die weißen züge macht und jetzt haben wir also das wischi hat tatsächlich g4 gespielt der will es heute echt wissen moment dass ich es auch richtig finde ja g4 schwarz blieb nicht viel übrig hat genommen und läufer e6 und jetzt auch noch dame f6 man könnte ja denken dass der sich dass der den gar nicht ernst nimmt jetzt entfernt er sich auch noch mit der dame aber vermutlich kann er sich sogar das leisten so eine idee wie turm h8 das droht zwar matt auf h2 aber das lässt sich wahrscheinlich mit turm d2 schlicht und ergreifend decken na gut was empfehlen wir ja habe ich auch gerade gedacht das kommt davon wenn man immer schneller redet als denkt aber es ist diese alte geschichte diese multitasking sache das ist alles wie der jan gustafson mal gesagt hat eine urbane legende man denkt entweder oder man macht was und redet und ich halte es hier immer mehr mit dem reden dafür bin ich hierher eingeladen worden es ist richtig also nach turm h8 nur als beispiel mit dieser matt drohung auf hans 2 vielleicht ist es ja in wahrheit gesünder mit turm f2 zu decken damit der turm weiterhin d4 deckt gut auf der anderen seite man könnte turm d2 schaut aus irgendeinem grund harmonischer aus und dieses turm schlägt d4 ist das wirklich so gefährlich was kommt denn da raus das könnte auch sein dass das für schwarz furchtbar schlecht läuft weil weiß plötzlich einstiege auf die achte reihe droht also es hat sich insofern eigentlich kaum was verändert weiß kann immer noch hinter diesem springer e5 sich umgruppieren und die weißen drohungen bleiben gefährlich gut jetzt nehmen wir den nächsten zug von schwarz dazu unsere ganzen märchenvarianten sind nichts wert nach 23. dame f6 kam läufer c8 also der hat die dame nach f6 gelockt und jetzt kam eben doch läufer c8 und was jetzt? oder spielt der jetzt einfach springer f7? ist das ein guter zug? das bedroht immerhin e7 und d8 na gut also ich glaube das lassen wir den wischi ausrechnen da wird das in guten händen sein also jedenfalls ist es inzwischen glaube ich wirklich richtig gefährlich geworden für den schwarzen und man kann natürlich sogar noch einen schritt weiter gehen ich habe jetzt nur die beiden hier rot eingemalt den springer e7 und den turm d8 aber womöglich droht weiß auch läufer schlägt c7 nebst dame e5 das ist gut denkbar dass der könig auf die art wirklich brutal ins freie gezogen wird und nicht mehr zurecht kommt gut schwer zu sagen ob springer f7 die beste lösung ist es ist eine von etlichen möglichen lösungen gut wir haben unsere partien ich schaue immer drauf dass wir sie so ein wenig verfolgen weil ich es einfach so gern habe dass man partien auch in der gänze sieht es ist übrigens auch viel leichter wenn man die partie die ganze entwicklung mit bekommt ist es viel einfacher als einfach eine völlig losgelöste stellung und hier was droht hier wenn man sieht wie sich entwickelt hat funktioniert es viel besser und schöner deswegen versuche ich ja hier auch schon den aric braun wieder zu finden immerhin den sizilianer habe ich schon wieder gefunden der ist auch total spannend der van velie ähnliche und schwarz täuscht oder schwarz tut hier so wie wenn am königswügel was gehen könnte weiß ich eigentlich gar nicht ob es stimmt also der macht sich hier anscheinend wirklich keinen kopf es könnte ja ein moment könnte man ja denken das weiß womöglich läufer f6 nebst dame schlägt d6 droht aber ich glaube das muss schwarz nicht unbedingt fürchten da käme für das linsengericht eines bauern zum damentausch was ihm natürlich sehr sehr helfen würde also ich glaube das muss er nicht fürchten vielleicht also insofern spricht vielleicht gar nichts gegen läufer b7 oder dame c7 gut da hat es sich noch nicht so scharf weiterentwickelt deswegen wirklich wo ist mein königsinder na gut jetzt immer witzigerweise trotzdem das hier noch dazu also die stellung die hat wirklich was malerisches wir waren zuletzt drin als weiß e4 gezogen hat und ich hatte den bauer vorsichtig wie ich nun mal bin als reichlich unbekömmlich definiert aber der herr beletzky hat auch den genommen und ich glaube bei irgendeinem blitz zu dem badischen hat mir mal einer gesagt der mir auch so einen bauern weggenommen hat und ich hielt das für absurd und der sagte mir dann gute sau frisst eus und ich weiß ja nicht ich will nicht die spieler beleidigen ganz im gegenteil aber das was der macht das ist das das darf eigentlich gar nicht gut gehen wenn man gerechtigkeitsmaßstäbe anlegt so jetzt geht es los jetzt ist der erste turm bedroht das wird er noch irgendwie gedeckt haben und also ein spaßvogel ist ja schon der weiße ne gut den können wir jetzt wirklich ganz entschieden als vergiftet bezeichnen da riskieren wir nichts gut also sagen wir schwarz muss jetzt turm g8 spielen und jetzt kam also das hat er schon gemacht jetzt kam läufer dora 2 ja der springer bleibt vergiftet und jetzt trotzdem wie viele bauern hat er eigentlich geopfert 246 zwei stück auf der anderen seite mit läufer d2 hat saragatzky gerade angedeutet dass er womöglich sogar super schnell die entwicklung abschließen will und mit mit super schnell meine ich dass er lang rochiert und dann sofort beide türme in der mitte hat also das macht einen guten eindruck und ehrlich gesagt habe ich den eindruck dass dem schwarzen hier die bauern im halse stecken bleiben würden aber ich will es wie gesagt nicht verschreien wo sehen sie die uhr ja gut aber der kriegt ja noch wir sind ja erst die zehn minuten sind ja in wahrheit gut 20 das stimmt jetzt plaudere ich schon wieder aus dem nähkästchen der beletzky ist ja auch ein spieler von bayern münchen und er hat zwischendurch mal ein richtig schlechtes wochenende gehabt und da hat dann jemand gesagt der spielt zwar im moment dreck aber er spielt seinen dreck wenigstens schnell und gut dass er das nicht hören kann wahrscheinlich kriege ich trotzdem einen riesen anpüpf für solche aussagen der größte fan von dem alexander ist seine mutter und die hört womöglich zu hause und erzählt ihm das brühwarm was der böse klaus wieder gesagt hat na gut dann schauen wir so lang der michael bezold und das muss doch hier in der nähe sein oha das ist auch eine böse nachricht das können wir dazu es ist ein einfacher taktischer schlag aber das scheint er übersehen zu haben also vorhin hatte ich ihnen noch die stellung noch gezeigt von dem linus und dachte naja wenn er jetzt noch zu läufer f6 und könig g7 kommt dann wird er einigermaßen zurecht kommen aber jetzt nach springer f4 hat er turm d8 gespielt und naja jetzt hat es gescheppert und ich glaube das ist ein ziemlich billiger taktischer trick aber der funktioniert und ich sehe gar nicht was schwarz noch ziehen soll das ist jetzt wirklich ein worst case szenario der hat dem einen bauern gestohlen und gleichzeitig noch den springer d5 entwurzelt und droht womöglich auch noch irgendwelche irgendwelche tricks auf der langen diagonale oh oh also das scheint auch schief zu gehen und zwar ziemlich kräftig gut aber ich wollte doch naja da ist er jetzt habe ich die partie die ich wollte julio granda da waren wir zuletzt drin bei dorothea 5 und ich habe schon gesagt im prinzip das einzige was weiß ernst nehmen muss ist dieser zugdame g3 gut das scheint ihm wurscht gewesen zu sein der spielt hier seelenruhig den angriff weiter und jetzt auch noch springer d1 respekt also es ist ja klar jetzt hat er e3 gedeckt aber der hat die qualität nicht geopfert nur um was zu decken er hat natürlich auch b2 gedeckt das heißt jetzt wird springer f5 vermutlich eine fürchterlich starke drohung sein das bedroht dann die dame und eben auch das schach auf h6 das ist das eine und wenn die dame irgendwie verschwindet kommt vielleicht der andere springer über f2 g4 nach h6 also es bleibt dabei es schaut fürchterlich gefährlich aus für michael bezold und eigentlich ist gefährlich noch untertrieben ja dame f7 droht über ordinäre figuren gewinnen denkt man hier schon gar nicht mehr nach aber sie haben völlig recht und womöglich droht auch wirklich einfach ein abzug des springers egal wohin sogar nach c6 und die dame darf ja nicht weg wegen turm f8 und einschlag auf g7 also das schaut bös bös und sehr bös aus jetzt dame g5 ja wahrscheinlich macht wahrscheinlich hat er nichts besseres als die figur zu nehmen aber so schlecht wird es ja auch nicht sein also schach und d7 nehmen und jetzt hängt ja auch gleich noch der e6 auch ja und das weiße hinterland ist ja alles sauber gedeckt also ich glaube da wird er nicht mehr zurecht kommen gut das ging wahrlich schnell für diejenigen die später gekommen sind zeige ich es nochmal das war im ja das war bereits im neunzehnten zug als der julio grander hier auf f7 eine turm ein turm geopfert hat und das war fabelhaft stark gut ne vielleicht auch weniger gut für bayern münchen zumindest ist es weniger gut aber ich glaube da häufen sich im moment eh die schlechten nachrichten in dem kampf und finden wir was anderes was positiver ist es wird auch andere sachen geben ja also der frank zeller und der david barramitze das wird immer interessanter und ich muss zugeben ich habe das ja völlig unterschätzt das konzept von david barramitze dass der da plötzlich in der stellung versucht am königsflügel anzugreifen aber wenn ich ehrlich bin so langsam hat man den eindruck jetzt könnte es doch was werden der hat b5 gespielt und nach turm d1 läufer b7 und die lange diagonale ist ja nun wahrlich nicht von schlechten eltern und allein schon deshalb weil er jetzt eben die lange diagonale auch noch aufweicht mit h3 gut ich glaube g3 hat er wenig wahl und jetzt dieses springer g4 das schaut jetzt wirklich so aus wie wenn es was werden könnte das droht h2 und was macht weiß dagegen eigentlich wenn er nimmt ja gut wir brauchen keine also d6 ist sicher vergiftet dann tauscht schwarz wenn ihm nichts besseres einfällt die damen gibt auf h2 wahrscheinlich ist sofort h2 schach noch besser und das wird schief gehen mit dem ärger gegen f2 und der kontrolle von h1 also das schaut inzwischen sogar finde ich richtig gut aus für den david barramitze das hat er gut hingekriegt wobei man fairerweise auch sagen muss der frank zeller hat dieses jahr keine besonders gute saison dem kann man nur wünschen dass es im nächsten jahr wieder besser läuft und das kann eigentlich nur besser laufen und dann nehmen wir jetzt habe ich den königsinter wieder gefunden dann nehmen wir den mit bei der gelegenheit wir waren bei cd5 drin zuletzt ich habe gesagt aric braun soll mit dem springer nehmen und das hat er gemacht mit dem jungen kann man ja reden und naja das ist natürlich insofern der spielt hier h6 nicht etwa h5 nicht etwa um die h linie zu öffnen der will den läufer beerdigen und das könnte klappen was hat denn der gespielt läufer f8 ja ja und jetzt macht er genau im zentrum auf und na gut die sind noch paar züge weiter läufer d6 ja also das macht keinen guten eindruck was schwarz hier hat der weiße ist kurz davor die f linie zu besetzen und es ist witzigerweise so also nur ich mache hier wieder mal den taktischen witz um das um das taktischen witzes willen also sobald weißen turm auf f1 hat könnte es sogar sein dass damit schlägt e5 droht mit abzugsschacht d6 und matt auf f8 also dem schwarzen ist es naja vereinfacht gesagt immer noch nicht gelungen dafür zu sorgen dass sein größter depp auf e8 das mit dem was anzufangen ist also und ich glaube das wird er auch nicht mehr schaffen also der weiße droht die f linie zu übernehmen und damit kommt schwarz glaube ich nicht zurecht also ich bin ja jetzt wahrlich keiner den mann der dafür bekannt ist dass er prophylaktische züge nicht dass er die nicht schätzt also der hat hier dieses verdoppeln dieses verdoppeln in der b-linie das war glaube ich eine propaganda aktion es droht ja nix und ich glaube es bringt einfach auch nix das ist nicht so ich habe im saarland einen schachfreund der sagt immer drei in einer reihe gewinnt immer aber das ist hier nicht der fall die diese drei schwerfiguren die drohen überhaupt nix ja das tun sie vielleicht aber der eine turm auf f1 wird womöglich effektiver sein als die drei schwarzen in der b-linie also das schaut übel aus für schwarz na gut dann scrolle ich hier mal wieder ein bisschen weiter hoch ich mache immer nur ein bisschen langsam weil ich immer den eindruck habe vielleicht läuft mir ja noch was spannendes über den weg und dann können wir das noch mit dazu nehmen obwohl wir eigentlich schon sehr schöne partien heute haben beim aussuchen kann man sich manchmal einfach doch drauf verlassen dass diese spiele mit diesen hohen elo zahlen auch super spannendes schach spielen können aha da haben wir die grundstellung auch nicht schlecht ich mache sie gleich weg und der florian handker ich erinnere nur dran neidisch hat jetzt tatsächlich könig g7 gespielt mit der absicht sich mit turm h8 beziehungsweise turm d3 zu verteidigen und ich habe jetzt viel verständnis dafür ich kenne den florian als angriffsspieler und der wird im moment dabei sein der wird versuchen sich läufe g6 gesund zu rechnen beziehungsweise das bis zum schluss auszurechnen das ist ein sehr ehrgeiziges unterfangen weil da unterwegs eigentlich auch viel noch schief gehen kann mich wird es ehrlich gesagt nicht wundern wenn er sich am ende trotzdem für einen sicheren weg unterscheidet also entscheidet entschuldigung dieses turm h8 ist ja an sich nicht schlimm also spricht wahrscheinlich nichts gegen läufe e2 das überdeckt die wunde d3 also turm d3 ist kein thema mehr und nach der nach turm h8 einfach dame g3 hier hat weiß weiß hat nicht mal was weniger also weiß ist glaube ich hier positionell mächtig im vorteil und vielleicht ist es ihm trotzdem zu wenig vielleicht übertreibe ich ja auch mit dem vorteil vielleicht kann schwarz hier mit dame ne nach g8 wollte ich nicht nach f8 wollte ich arbeiten und wer weiß aber gut es ist trotzdem so der steckt im moment einen haufen arbeit da rein und vielleicht ist ja dieses läufer schlägt g6 wir könnten da nochmal ein klein wenig drin rum stochern schwarz muss ja turm h8 spielen und jetzt dame g3 und ich denke mal hier hat sich insofern nichts geändert wenn schwarz zulässt dass weiß den läufer wegzieht dann könnte auch grad so aufgeben also der muss das jetzt wirklich sagen dass es mit der mehrfigur auskämpft und ob das gut geht das wage ich zu bezweifeln aber man weiß es ja nie manchmal hat man auch glück es gab es im schach schon alles mir ist es mal beim großmeisterturnier in dortmund gelungen da war einer dabei mich matt zu setzen am königsvögel und das sah auch so aus wie wenn es gut klappen könnte und dann bin ich losgelaufen mit dem könig und zwar von g8 bis nach b1 und der könig hat unterwegs derartig viel abgebissen dass ich am ende die partie gewonnen habe das war natürlich glück an dem tag dachte ich hätte unmenschliches glück bin gleich abends noch ins casino gegangen aber da war es weniger glücklich das glück war schon in der partie aufgebraucht aber gut keine casino geschichten das darf ich alles gar nicht machen hat man mir gesagt ich soll mich stur ans schach halten ganz stur gut also den neiditsch das ist eine tolle partie die wir halten im auge wir können ja mal schauen aha hier ist der vichy dann nehmen wir den noch dazu da waren wir drin bei dame f6 läufer c8 ja das ist ja geradezu hellseherisch der tatsächlich springer f7 gespielt was eben diese beiden herrschaften angreift und womöglich auch noch läufer c7 droht das könnte ich ruhig alles wieder auf rot erhöhen also das ist alles nicht so lustig aus der sicht von schwarz was hat erwin lamin noch gefunden turm d7 na gut der war naheliegend damit hat er e7 und c7 überdeckt und jetzt geht es trotzdem grad so weiter ja also die schwarze stellung krankt ganz einfach daran dass der springer e7 kein gescheites feld hat und naja dass er nichts machen kann der turm klebt an c7 da gibt es auch nichts zu drehen und zu deuteln und weiß hat im prinzip alle zeit der welt den an den angriff fortzusetzen dafür gibt es zwei naheliegende wege ja vielleicht aber es gibt schon ja d5 ist nicht verkehrt aber aber jetzt so ein zug wie turm d3 schaut auch nicht furchtbar blöd aus also so ein manöver wie turm d3 das droht ja schließlich auch noch so nebenher Damen fangen aber gut ich muss mich an meine eigenen gesetze halten und die ja immer lauten abwechselnd ziehen ist eine ganz wichtige regel wir brauchen also erstmal einen zug für schwarz was könnte er denn machen also turm h8 nützt nichts h2 ist bereits gedeckt turm f8 wenn dem weißen nichts besseres einfällt wird er den einfach schlagen und ich glaube nicht dass schwarz hier einen dauerschach zustande bringt also es ist für schwarz unheimlich schwer hier überhaupt einen zug zu machen also sowas wie könig a8 verschlechtert es wahrscheinlich auch eher dort kommt springer e6 und es droht dann springer schlägt c7 schach also es schaut übel aus für schwarz übrigens hat der erwin lamy auch gerade mal noch 10 minuten na gut jetzt muss ich das wieder dazu sagen was ich vorhin auch gesagt habe die 10 sind ja in wirklichkeit fast 20 weil er noch 15 16 war increment kriegt aber es ist trotzdem er schlittert in eine zeitnot und na gut jetzt nehmen wir den nächsten zug dazu gespielt hat er turm h8 er droht nichts also was macht er jetzt wenn wirklich turm d3 kommt dem zug kann man nicht nachsagen dass er nichts droht ja also ich glaube auch also vielleicht gibt es sogar was noch besseres aber das macht auf den ersten blick einen guten eindruck jedenfalls ich finde es toll ich habe vorhin einmal mehr natürlich völlig zu unrecht davon gesprochen dass der weiße doch ein wenig lax vorgegangen sei aber danach sieht es jetzt im moment nicht mehr aus der liegt ganz schön auf ihm drauf und gut gibt es zu turm d3 noch irgendeine alternative ist turm f3 noch besser oder ist tatsächlich d5 auch ein guter zug Springer e6 kommt auch in frage das stimmt so auf der basis so eine art ersticktes matt zu drohen aber das würde mich trotzdem überraschen wenn er das macht also mir erscheint turm d3 naheliegend und furchtbar stark gut jetzt nehmen wir den neidisch den sehe ich hier gerade da ist jetzt nach langem nachdenken was gekommen nach könig g7 hat der florian handke weder läufer g6 noch läufer e2 gespielt der hat so ein mittelding probiert und kam mit läufer f3 daher na gut die matt drohen kennen wir auf h7 und jetzt hat er eben doch rein geschlagen ist das denn eine gute entscheidung vielleicht ist das ja sogar eine sehr gute entscheidung also nehmen wir mal an neidisch wird sich das jetzt geduldig überlegen was er zu tun hat obwohl es gar nicht so viele legale züge gibt es gibt ja im grunde genommen nur zwei also habe ich ja schon eine 50 50 chance nehme ich ihn mal weg und jetzt will er sicherlich einfach zurückschlagen und jetzt hängt der turm was macht schwarz mit dem also die weiße absicht ist wenn zum beispiel turm d2 kommt dann will der das seelenruhig weiterspielen gibt einen schach und holt dann mit e6 frische und gefährliche munition ran dann wird bei schwarz alles entwurzelt gut jetzt können wir das andere auch noch prüfen spaßeshalber jetzt nehmen wieder nehmen jetzt springen e5 immer die dicken zuerst schlagen ne da geht nichts ja gut also das kann man vielleicht noch ein wenig ne man könnte jetzt tauschen und springer d3 aber da kann man noch ein bisschen weiter fudeln aber das wird nicht gehen auf lange Sicht ich wollte jetzt nur noch stellen blick werfen ob denn dieses nachtspringer schlägt e6 ob könig g8 noch irgendeine hoffnung bietet ja gut dass er die dame jetzt weg zieht das war zu befürchten ja vielleicht ist g4 besser weil jetzt kann er immerhin noch jetzt hat er um den preis eines bauern wenigstens wenigstens die türme verbessern können ist trotzdem nicht klar wie gut das für schwarz ist und gut dann probieren wir eben halt auch noch nach könig g8 dame g4 also ich glaube das schlagen auf e6 das ist nach wie vor das ist wahrscheinlich weniger bekömmlich denn je das geht er jetzt gar nicht und was muss er hier spielen ja wahrscheinlich muss der auch jetzt irgendeinen turmzug machen turm d3 oder turm d2 ja so oder so ähnlich wird es kommen aber gut ich klicke zurück ne jetzt die haben schon ein paar züge weiter dann nehmen wir die erstmal nach springer e6 f schlägt e6 dame e6 aha turm e8 ja entschuldigung den habe ich ihnen verschwiegen aus purer tappigkeit das ist natürlich der beste verteidigungszug und jetzt muss die dame weg naja das ist der klassiker diese zwei siebner zeigen einfach immer eine unglaubliche verteidigungshärte und das schlimmste an dieser dame auf e6 war ja wirklich dass dame e7 nebst e6 drohte und das hat schwarz gerade aus der welt geschafft also jetzt ist es mir nicht mehr so klar dann wollte ich trotzdem noch ganz schnell wir haben auch das nächste zugpaar bei anand und der wird es doch hoffentlich richtig machen da waren wir drin bis turm h8 und er hat nicht turm d3 gespielt sondern läufer g3 ja warum auch nicht also das schach auf h1 ist ja nur wahrlich nichts wert die idee ist im prinzip ein und dieselbe der will auch auf die h linie und bereitet das einfach vor also jetzt sind wirklich sämtliche einbruchsfelder in der h linie von weiß überdeckt und ja sehr schön gemacht die weiße idee ist im prinzip dame e5 nebst turm h1 und dann geht es schwarz richtig an den kragen und ich glaube es ist furchtbar schwer dem schwarzen da überhaupt irgendwas dagegen zu empfehlen und weiß der hat nicht mal was geopfert für diese stellung er hat den schwarzwälder jetzt voll im sack der springer e7 steht schlecht und der läufer c8 und der turm d7 sind auch nicht gerade zierten ihrer zunft also wischi hat es voll im griff und das müssen wir natürlich trotz allem schauen hat es denn der julio granda auch voll im griff ich fürchte ja na gut wir können auf den die partie jetzt mir heute aus irgendeinem grund angetan die finde ich sehr instruktiv nach läufer c4 habe ich doch noch gesagt weiß ist jetzt dabei die f-linie zu übernehmen und das wird schwarz sehr sehr wehtun hat der arik braun auch so gesehen und naja gut immerhin jetzt hat er noch ein turmpaar getauscht das ist gut das war eine richtig gute entscheidung also ich traue der schwarzen stellung trotzdem überhaupt nicht über den weg weil es wie gesagt es gibt so oft diese motive mit turm f2 und damit schlägt e5 nebst d6 und dieser bauer h6 solche hat man ja gestern auch schon gesehen der ist einfach auch hier wieder einmal mehr fast so viel wert wie eine figur also ich glaube das wird auch schief gehen ich wollte nur der aktualität halber erst mal den michael bezold er sollte hier vollends ab frühstücken ja da ist er da ist gar nicht alles ist schon vorbei es war zu befürchten also bis wir waren drin bis springer dora eins wir machen das jetzt der vollständigkeit halber bis zum schluss der g5 konnte er nicht gut nehmen weil einfach dame f7 schach drohte nebst dame schlägt d7 stattdessen hat er d6 gespielt und das ging natürlich auch nicht gut jetzt droht schlicht und ergreifend ein feuer oder dunkelrotes oder was auch immer g6 nebst d h7 und da ist auch überhaupt nichts mehr dagegen zu machen der könig steht nämlich auch noch in dem läufer drin also das war mit schmackes vorgetragen und es ist wirklich entsetzlich schief gegangen für den michael bezold schauen wir mal ob er es morgen besser hinkriegt aber es ist natürlich auch ein fürchterlich starker gegner und ich habe ihnen über diese eröffnung erzählt mit diesem nickname klinger igel die war einfach nie sonderlich seriös die war für den josef klinger in den 80er jahren dazu gut schwächere spieler aus der theorie rauszulocken und gleichzeitig alle figuren auf dem brett zu behalten aber eine sonderlich gute eröffnung war es nie also ich habe selber auch natürlich ein zweimal gespielt weil ich ja so oft mit ansehen durfte beziehungsweise musste wie der josef das so gut hingekriegt hat und sonderlich gut ist es nie gegangen nehmen wir den linus noch mit dazu der ist vorhin hier in der stellung hat er mit turm a d8 sein zentralspringer d5 überdeckt da hat er mächtig gut daran getan aber ich glaube er hat diesen einschlag auf e6 übersehen und naja das ist turm f6 das funktioniert natürlich auch wie es brezelbacken natürlich darf der nicht geschlagen werden wegen läufer c3 jetzt turm d2 und gibt es jetzt schon einen zug der den deckel vollständig drauf macht also aus der sicht von schwarz hat er ja noch das glück auf die lange diagonale kommt weiß nicht sofort aber ich denke mal weiß hat ja nichts geopfert der hat nichts weniger der hat was mehr und insofern braucht er ja auch hier gar keine scharfe fortsetzung der kann ruhig auch turm f5 spielen da spricht überhaupt nichts dagegen in verbindung mit dame g4 könnte das auch zum gewinn eines zweiten bauern führen also das schaut auch nicht mehr gut aus dann würde ich sagen wir nehmen den schluss bei wischi mit das wird auch nicht mehr lange dauern gestatten sie mir noch ein klick auf den christian gabriel naja da steht auch nicht toll gut immer die lieblings partie mitnehmen nach könig f7 hat der aric braun wenig überraschenderweise erstmal in schach gegeben dieses könig e7 das ist beinahe pflicht sonst auf g8 wäre es ihm noch schlechter gegangen und das ist eine gute entscheidung warum sollte er sich das leben so schwer machen der schmeißt den turm raus und jetzt hat er sogar a5 genommen warum denn nicht und c5 ist womöglich der nächste und im prinzip muss der weiße ja nur noch dafür sorgen dass der bauer d5 sein eigener bauer das ist ja wirklich ein völliger esel der eigentlich nur im weg steht den muss er bei der ersten gelegenheit über bord werfen also das problem für schwarz wird sein dass der nie den läufer weg ziehen darf also naja wir brauchen nicht lange rum tun schwarz steht pleite der hat ein glück dass das brett nur 8 mal 8 ist im schach man muss sich es ja vorstellen wenn der weiße jetzt mit der dame noch nach f0 könnte und verdoppeln und auf f7 was droht dann wäre es noch schlimmer da hilft ihm die geometrie aber die wird ihm nicht lange helfen das ist hinüber so und dann nehmen wir dieses neidorf auch noch mit also der david barramitze der hält sich einfach nicht an die regeln die da lauten im im sizilianer greift der weiße im zentrum und im königsflügel an und nicht umgekehrt aber genau das macht er wir waren bei springer g4 zuletzt drin und hier deutet es sich ja schon an diese h2 geschichte in verbindung mit dem läufer das wird entsetzlich gefährlich werden und naja der springer e g4 der hat nachschub gekriegt und jetzt auch noch unverschämterweise f5 ja da ist leider überhaupt nichts gegen einzuwenden aus der sicht von dem weißen der bauer ist natürlich hochgradig vergiftet darf nicht zulassen dass schwarz zum einstieg auf f3 kommt was können wir dem weißen hier empfehlen tja ich weiß auch nicht so recht f3 leistet eigentlich nicht viel und irgendwas grobes wie f4 läuft den springer g4 nebst h2 das schaut auch wahrlich nicht gesund aus also ich guter rat ist teuer für den frank zeller und in zeitnot ist er auch noch na gut barramice hat sogar noch ein wenig weniger also ich komme zu der partie zurück die haben wir die ganze zeit über verfolgt und ich fand sie auch immer interessant und spannend aber ich habe so vom timing her den eindruck dass inzwischen eigentlich wishy den job erledigt haben muss vielleicht finden wir das ja ja da ist arkady neidich da haben wir noch keinen weiteren zug das nehmen wir natürlich mit sobald da was frisches kommt und naja hier wir haben noch gar keinen neuen zug bei wir waren drin bei könig gustav 2 das habe ich hochgradig gelobt weil jetzt eben sämtliche einbruchsfelder auf der h-linie schön gedeckt sind und dann habe ich hier die farbe gewechselt und habe gesagt weiß droht dame e5 nebst turm h1 und was macht schwarz der macht sich seelenruhigen luftloch und scheint zu denken dass er damit wegkommt gut jetzt ist der ernstfall eingetreten jetzt droht ein rotes turm h1 weil der turm h8 hängt schwarz hat hier turm e8 gespielt und naja also der scheint ja zu hoffen dass es immer noch keinen forcierten gewinn gibt ja möglicher zug es gibt so viele kandidaten machen wir halt mal probieren wir turm f7 das droht turm h1 rot und schwarz hat auch keinen abzug weil der turm e8 nicht gedeckt ist insofern für den zug spricht einiges aber es gibt natürlich also wischi hat turm h1 gespielt dann wird das schon auch gut sein nach turm h1 schwarz hat ja keine wahl der muss dame f8 spielen aha jetzt zum erstickten matt übergehen ja das macht einen guten eindruck doppelangriff gegen c7 und f8 und da ist ja überhaupt nichts mehr dagegen zu erfinden und ja wo dann einfach springer schlägt c7 das greift ja auch noch ausgerechnet den e8 an jetzt von den abzügen die matt drohen mal ganz abgesehen ja das könnte ja auch sagen also drapatoni hätte nach e6 springer e6 wahrscheinlich gesagt ich habe fertig das stimmt ja auch also das war eine wirklich instruktive partie die sehr gut gelaufen ist jetzt weiß ich welche partie ich die ganze zeit vergessen habe und das ist ja auch ein malerisches bild einfach mal wieder so einen total verrückten königsinder sich anzugucken wir waren ungefähr hier noch drin also ich hatte den eindruck hier geäußert dass schwarz vom timing her schlechter dran ist als in einem normalen königsinder aber so genau weiß man das natürlich nie auf der anderen seite stimmt es trotzdem weiß hat hier wunderbare kontrolle und wenn jetzt die schwarzen steine nicht von lebonaronian geführt würden würde ich sagen schwarz ist einfach miserabel dran und da wird nicht mehr viel machen können also a4 scheint er für das kleinste übel gehalten zu haben und jetzt ist es trotzdem so weiß hat sich gedacht ich habe den ganz und gar auf sicher den aber werde ich ihm irgendwann abbeißen und mit dem opa laufe ich zur not richtung zentrum und alles wird gut aber das ist immer das gleiche aronian wäre nicht aronian wenn er nicht trotzdem noch einen weg finden würde verwirrung zu stiften gut jetzt bindet er die weißen kräfte immerhin an den springer g2 an den a4 den wird er nicht halten können auf dauer deswegen hat lebon hier lieber eine figur geopfert und es ist immer das gleiche es gibt unzählige partien wo weiß den königs indischen aufbau wunderbar im griff hatte und dann nur ein halbzug lang die kontrolle verloren hat und dann wird es eben trotzdem noch gefährlich moment mal wieso hat der hier den gespielt also es hätte mich jetzt hier auch nicht überrascht wenn er stattdessen einfach so gespielt hätte aber womöglich hätte ja ja damit d7 mit der absicht einfach hier fröhlichstens mit den bauern nach vorne aufzubrechen und insofern na gut auf der anderen seite jetzt kann ich turm h1 machen also vielleicht ist h4 genauer als da mit d7 machen wir es so rum mit der absicht da mit d7 nebst h3 gut der herr bredojewitsch der hat turm gg1 gespielt und öl ins feuer also der setzt alles auf seine bauern und also man kann sich ja beim besten willen nicht also ich es ist eine malerische stellung das gebe ich gerne zu dass das seine richtigkeit alles hat daran habe ich wahrlich meine zweifel aber vielleicht schafft das ja trotzdem genügend verwirrung zu stiften weil in dem fall stimmt es halt wirklich bredoj der hat ja mal gerade noch drei minuten und das wird jetzt furchtbar schwer in zeitnot zumal es eben so ist der hat ja schon gedacht ich habe den auf sicher und jetzt hat sich da noch mal was gedreht erinnern sie mich daran dass ich die partie auf keinen fall vergesse die müssen wir schauen wie die ausgeht einfach weil sie wirklich schön und spannend ist bei neidetsch haben wir gar nicht viel neues dieses turm e8 das hatte ich ihnen vorhin auch aus purer patzerei verschwiegen das war entschieden der beste verteidigungszug weil es eben dame e7 und e6 verhindert und der florian handke hat nichts besseres gefunden als die dame zurückzuziehen gut vielleicht ist schwarzer immer noch nicht zu beneiden um seine stellung der turm hängt und dieses f5 droht auch latent und was können wir ihm empfehlen neidetsch scheint hier schon länger nachzudenken also ich glaube irgendein rückopfer weiß ich nicht also das ist vielleicht denkbar aber es wäre bestenfalls eine notlösung also so in der form wenn er jetzt einfach auf die art und weise die qualität zurück gibt was kommt da raus ne da kommt gar nichts raus weil es kann sogar mit dem turm schlagen also und muss sich nicht mal die bauernstellung verschlechtern das führt zu nichts und ist auch keine lösung von daher also der muss was besseres finden ich stehe im moment mal wieder einmal mehr ein wenig auf dem schlauch und das kennen sie inzwischen von mir wenn ich nichts weiß mache ich wieder einen dummen spruch und sage dann machen wir halt wieder die larsen methode mit einem springer auf f8 wird man wenigstens nicht matt und vielleicht ist es wirklich nicht mal ein dummer zug ja vielleicht ist das gar nicht so dumm gut neidetsch hat was anderes gemacht dann nehmen wir das mit dazu der sagt sich ich brauche hier überhaupt nicht mehr passiv zu verteidigen ich steige direkt ein auf die zweite und jetzt wo der turm auf der zweiten steht ist ja dieses latente spiel gegen g2 vorhanden das ist das eine und das andere ist jetzt mit dem turm auf der zweiten kann ich wieder auf rot wechseln schwarz droht springer schlägt e5 nebst dame schlägt g4 und dann ein rotes turm schlägt g2 also der scheint es naja ich will jetzt nicht wieder sagen er kriegt es in den griff dann macht der andere womöglich wieder einen guten zug und ich muss schon wieder umschwenken jedenfalls ist es auch eine tolle partie überhaupt ist heute ein toller spieltag die meisterschaft ist ja bekanntermaßen entschieden der abstiegskampf bleibt furchtbar spannend und im moment schaut es am ehesten trotzdem so aus wie wenn zugzwang münchen die allerbesten chancen der abstiegskandidaten hat ich habe es jetzt nicht im griff wie sehr oder wie weit tegel heute vorm punktgewinn steht schauen wir trotzdem noch mal zu den aronian an das ist einfach eine tolle stellung dach springer g4 hat weiß eben sich vermutlich gesagt ich versuche hier das ganze übersichtlich zu behalten solange das überhaupt noch geht und hat den springer hat den könig in vermeintliche sicherheit gebracht obwohl er ja eigentlich immer noch auf c3 merkwürdig steht was können wir dem herrn aronian hier empfehlen ist es denn zum beispiel ein guter zug hier springer f2 zu machen ich bin darüber überhaupt nicht sicher schaut er auf den ersten blick so normal aus mit springer f2 überdeckt man zwei ganz wichtige felder auf der h-linie aber womöglich spielt er jetzt turm f1 und falls die dame zurück muss dann gibt er wahrscheinlich eine qualität ab kriegt das ganze aber weißfeldrig unter kontrolle also ich finde es toll und aronian hat wirklich gezündelt hat bisschen öl ins feuer gegossen aber wir dürfen eins trotzdem nicht vergessen der arbeitet im moment nur mit springer und dame die türme leisten nix und der läufer auch nix also ich bin mir nicht sicher ob das ganze hier durch die tatsachen gedeckt ist ehrlich gesagt bin ich mir ziemlich sicher dass es das nicht ist aber natürlich sucht er trotzdem seine chance so und der rapport den habe ich jetzt auch eine weile vernachlässigt ja das hat sich auch großartig entwickelt wir waren zuletzt hier drin bei turm a6 und jetzt kam springer c4 und ich hatte ihnen ja gesagt ich mag die stellung sehr weil sie einfach beiden seiten potenzial bietet und jedenfalls über so kleine selbstverständlichkeiten unterhalten die sich gar nicht mehr so ein bauernopfer mit f5 das wird staubtrocken abgelehnt und es ist klar weiß versucht an den c6 ranzukommen und am königsvögel was zu machen schwarz versucht spiel gegen d3 zu bekommen und ich glaube das ist richtig scharf geworden jetzt aha also das ist eine mutige entscheidung der opfert hier einen bauern und es ist ja klar weiß wird hier keine ruhe geben der wird bei der ersten gelegenheit e5 und womöglich noch f6 spielen also das ist so diese geschichte so ein besänftigungsopfer kann ja manchmal gut sein aber einer wie der rapport der lässt sich normalerweise nicht besänftigen ja und jetzt ist es im prinzip insofern passiert jetzt muss caruana noch einen schritt weiter gehen der springer auf d5 der ist zu stark der greift alles an und überdeckt auch noch f6 ich nehme an den muss er rausputzen so jetzt haben wir es schon fast erreicht die aktuelle stellung jetzt gestatten sie mir diese aktion die ich immer nennt what's the score jackson 245 246 also schwarz hat qualität und bauer weniger gut auf der anderen seite ist ja klar der d3 ist brandgefährlich und die springer die er hat die stehen auch gut und naja jetzt kommt das nächste problem die grundlinie was will er denn mit dame h3 um gottes willen aha der gebauer soll auch noch kommen also das ist mutig was der hier spielt aber ich glaube nicht dass das gut gehen wird der gebauer soll jetzt kommen und turm e5 auch noch ne das ist auch ein kandidat also wo sie turm e5 sagen hätte ich beinahe gesagt warum nicht gleich nach e6 ist ja nicht unser turm aber ich nehme an die absicht ist wirklich prosaischer der will mit g4 und g5 den läufer f6 vertreiben und das ist der der den schwarzen laden zusammen hält und ja es ist richtig caruana hat wenig zeit und zwar verflixt wenig also die haben 26 züge gemacht da muss man auch ordentlich was machen also es ist nicht so schlimm ich habe das gestern erzählt es gab auch mal zeiten in der bundesliga wo mit einer ganz anderen bedenkzeit gespielt wurde in den 80er jahren das ist eine völlig verrückte geschichte da war die international übliche bedenkzeit war zweieinhalb stunden für 40 züge und in der bundesliga musste man spielte man mit zweieinhalb stunden für 50 züge also das kam vor dass man von montag bis freitag beim turnier war zweieinhalb für 40 hatte und dann samstag sonntag hatte man plötzlich zweieinhalb für 50 und das hat zu extremen zeit not äh orgien geführt die schiedsrichter waren damals auch noch ein wenig unausgebildeter als es heute sind und also es war wirklich ein grausiges durcheinander und jetzt habe ich hier vom durcheinander gesprochen geht es denn hier weiter oder findet der gar nichts mehr also der scheint turmschlägt a4 gespielt zu haben naja warum auch nicht also er will vielleicht mit dem turm nach a2 also es ist so die die spieler die gerade die jungen so fürchterlich gut trainierten super großmeister die sind auch sehr darauf geeicht und die sind es gewohnt dass die zeit abläuft das habe ich schon so oft gesehen wenn die noch fünf sekunden stehen haben und da ihren zug machen da verziehen die keine mine also die älteren die werden oft schon nervös wenn man was weiß ich ich werde immer schon nervös wenn ich unter 20 minuten bin und dann die sekunden mit angezeigt werden aber das macht denen nichts aus ganz im gegenteil also bleiben wir dabei der rapporte der ist sich seiner sache sicher und sagt sich jetzt auch noch g4 und das erhöht natürlich trotzdem den druck gut vielleicht ist es jetzt ein punkt mal springer e2 schach zu geben einfach auch um die e linie zu verstopfen und um dem läufer bisschen mehr platz zu geben also wie bitte ja das kann sein dass das besser gewesen wäre aber ich kann es in diese übertragung mit rein fügen obwohl das glaube ich bei meinem nächsten kopiervorgang dann wieder gelöscht wird was ich einerseits gut finde dann gebe ich nämlich diese dummheiten die ich hier einfüge nicht schriftlich sondern die verschwinden gleich wieder wo sie in irgendeiner aufzeichnung natürlich nach wie vor existieren werden also nach turm a4 haben sie hier turm e5 gemeint ja ich denke mal schwarz wird besser daran tun die finger von dem turm zu lassen aber dann kommt womöglich turm e1 ja wäre eine interessante idee gewesen aber ich glaube aber dazu hätte eigentlich nicht dame g4 h3 machen müssen also ich glaube dame g4 h3 war eindeutig mit der absicht gespielt danach g3 g4 zu spielen gut beziehungsweise nicht gut es kam g4 und caruana der lässt hier seine zeit ablaufen wie wenn es nichts zu bedeuten hätte gut dann gehe ich zum nachbarbrett entferne ich mich nicht so weit dann finde ich auch den weg leichter zurück also hier ist es inzwischen so das hat man vorhin auch verfolgt waschela graf und ragger so in dem moment ich glaube hier habe ich dem schwarzen eine wenig rosige zukunft bescheinigt ich dachte jetzt wird es auf d5 ärger geben beziehungsweise manchmal wird e6 nebst damit c3 drohen und also hier dachte ich geht es ihm an den kragen aber so halbwegs ausgehalten hat er es ja trotzdem ja natürlich hier war e5 e6 wirklich eine starke drohung deswegen dame e6 und der ist so stark diese drohung e6 ist so mächtig dass das das opfer des turmes d5 rechtfertigt der darf nicht nehmen wegen e6 mit der drohung dame g7 matt und das ist gar nicht zu decken aber der ragger scheint es ja trotzdem ausgehalten zu haben ja also schwarz hat jetzt einen sack voll bauern geopfert schlicht und ergreifend mit der absicht hier unten zum dauerschacht zu kommen also jetzt auf matt zu hoffen käme mir ein wenig optimistisch vor aber vielleicht klappt das ja sogar ich bin nicht sicher ob weiß mehr als dauerschach hat na gut sagen wir mal so wenn weiß jetzt selber matt droht ja damit würde er selber eine matt drohung aufstellen eine richtig dicke einfache rote und jetzt kann ich hier wieder auf grün wechseln schwarz hat ja nur ein schach also gebe ich es mal besser und jetzt hat er wenn er will mit dame f3 dauerschach der weiße könig darf natürlich nicht nach e1 weil es dann auf e2 matt wäre also mit anderen worten e6 setzt sich selber matt gut das ist ein wichtiger hinweis das bedeutet ja schlicht und ergreifend dass schwarz gar nicht versucht sich nur mit dauerschach oder ins dauerschach zu retten schwarz droht selber auch matt das heißt g2 darf er ja auch nicht dann ist immer dame f1 matt aha dann ist die stellung ja vielleicht sogar schärfer beziehungsweise besser für den schwarzen als ich gedacht habe na gut wir werden ja gleich sehen was es da rauskommt die haben beide auch nicht mehr unbedingt ewig viel zeit also so steht es dame e8 na gut wir werden sehen dann nehmen wir solange die andere zeitnotpartie das ist der erste trippelbauer den ich dieses wochenende sehe es war höchste zeit man ist heutzutage den gegenüber nicht mehr so voreingenommen wir waren drin bis turm a a4 und caruana der hat hier einfach das gegenspiel in der a-linie fortgesetzt gegen d2 und sagt sich das schlagen auf d2 das hilft mir in wirklichkeit sehr weil der trippelbauer den könnte ja auch zu jeder zeit schlagen beziehungsweise ist es halt einfach so er könnte sich mit g schlägt f6 ein luftloch besorgen ich habe trotzdem meine zweifel ob das alles so sicher funktioniert turm e2 hat er gespielt also er will die a-linie plombieren von mir aus aber was macht er jetzt eigentlich wenn schwarz wenn weiß turm a1 spielt also das hängt schon an einem seidenen faden also der turm turm a1 kam offensichtlich mit der idee gelegentlich mit turm a8 schacht zu arbeiten und caruana hat jetzt diese sich das gedeckt und jetzt hat weiß einfach genommen auf g7 und jetzt können wir nochmal durchzählen also inzwischen hat weiß nicht nur die qualität sondern auch noch einen bauernmeer das war vorhin glaube ich genauso also ich glaube caruana hat sich übernommen hier und da hat er sich auch genau den falschen dafür ausgesucht es ist klar der richard rapport das ist ein brandgefährlicher junger mann das hat man zum beispiel anfang des jahres in waik an see gesehen da hat magnus carlsen der weltmeister gegen ihn versucht frech zu werden in einer stellung die eigentlich höchstens gleich war und ist dann fürchterlich abgewatscht worden und das ging mächtig nach hinten los na gut dann nehmen wir dieses nachbarbrett dazu das ist ja schön dass die so nah beieinander sind wo waren wir ja ist ja wurscht ungefähr hier waren wir dabei es kam zu diesem turmtausch und dame g4 ja das war die stellung wo ich zunächst auf einen blick nicht verstanden hatte dass schwarz nicht nur dauerschach sondern sogar matt droht mit dame d1 und dame f3 was hat waschela graf hier gespielt ja der hat das e6 mit schach durchsetzen können und naja und jetzt das finde ich immer immer mehr beachtlich also ich werde mir ich hätte jetzt als weißer erstmal zeit dafür aufgewendet ob es denn nicht sogar sinn macht die damen zu tauschen und auf a4 zu nehmen um in dieses läuferendspiel zu gehen beziehungsweise die damen zu tauschen und könig f2 zu spielen das ist eigentlich eine sache die man unheimlich gern macht allein schon aus dem grund weil man damit auch sicherstellt dass man die partie auf keinen fall mehr verlieren kann aber so ticken die jungen nicht die wissen das reicht womöglich nicht zu gewinnen und gewinnen hat die allerhöchste priorität also deswegen nimmt er erstmal den bauern und jetzt schließt er die dame aus und will natürlich gelegentlich mit dame c7 arbeiten so noch einzug bis zur zeitkontrolle der hat a schlägt b3 gespielt und na gut also dame c7 wäre keine überraschung und dann dame b7 mit schach und also ich denke mal er wird es schaffen zu verhindern dass die gegnerische dame eindringt das bedeutet noch lange nicht dass er die partie gewinnen wird am königsvögel wird es schwer sein durchzukommen und jetzt noch ein das ist nur ein technisches detail womöglich spielt es überhaupt keine rolle aber für weiss wird es trotzdem angenehm sein und der wird es wohlwollend zur kenntnis nehmen dass wenn es ganz hart auf hart kommt der läufer zusammen mit dem haarbauern eben für den gewinn ausreichend sind weil die zueinander passen das schadet auf keinen fall was na gut ich bleibe trotzdem jetzt bei der partie mit drauf das ist sagenhaft wie das hier abläuft wir waren zuletzt drin bei f schlägt g7 also hier und caruana behält natürlich die dame drauf und will jetzt vielleicht wenigstens mit dame f6 die zwei bauern hier verspeisen und der kämpft immer noch ich hätte gedacht das weiß jetzt bei der ersten gelegenheit vielleicht mal mit d6 den bauern über bord wirft damit der läufer und der turm auch zusammenarbeiten in richtung a8 aber das scheint er nicht gemacht zu haben stattdessen hat er dame hans 4 gespielt und das ist ein merkwürdiger zug weil damit naja wenn ich sag damit gibt er die initiative ab ist es übertrieben aber immerhin schafft schwarz jetzt springer f5 und springer e3 wer weiß der bauer g7 der tut dem schwarzen zumindest im moment nicht weh das könnte natürlich trotzdem lästig werden und für schwarz ist es nach wie vor glaube ich ganz wichtig und auch ganz hervorragend dass der läufer nicht nach e4 kommt also tot ist der caruana immer noch nicht vielleicht sogar noch lange nicht kopieren wir es rüber nach springer e3 er hat die zeitnot live drauf bleiben hat was der hat den turm weggezogen und jetzt sagt er sich warum soll ich um gottes willen meinen besten mann abgeben den bauern d2 ich kann ja stattdessen auch springer c2 spielen und jetzt wird es so langsam richtig gemischt das ist jetzt wieder ein doppelangriff damit hat er sowohl a1 angegriffen als auch e1 und so langsam jetzt ist es plötzlich glaube ich zum ersten mal denkbar das jetzt ist es ein spiel auf drei ergebnisse also jetzt hat caruana das so naja so verwickelt dass es womöglich sogar denkbar ist dass er die partie noch gewinnen kann ja ja das jetzt ist alles möglich ist wie bitte ist läufer h3 möglich ich weiß nicht ob es kommt ne der überlegt noch also die idee ist läufer f5 läufer h7 und dame h5 matt also und matt setzen wäre doch eine gute verteidigung wo es schon eine harte maßnahme ist wenn es ich dachte wenn der jetzt springer schlägt a1 spielt trotzdem läufer f5 also ich bin mir nicht sicher dass ich kann es nicht ausrechnen in der geschwindigkeit wahrscheinlich ist es sowieso auch käse weil schwarz hier einen fetten zentralen springer zwischenzug hat und die idee mag schön sein aber wahrscheinlich haut es schlicht und ergreifend nicht ja ja das war ja die idee von läufer h3 aber vielleicht spielt der ja jetzt sofort springer e4 und vertreibt die dame und dann kann der springer auch nach f6 zurück ja also ich glaube das haut einfach nicht rein und ich habe im moment das ist nur so ein gefühl ich habe am ersten den eindruck als ob caruana den richard rapport um es mit den worten robert hübners zu sagen beschnaubst hat gut hier kann einzug wieder alles ändern deswegen will ich es nicht übertreiben sondern klick so lang rüber was hat denn was hat denn Lewon Aronian in der zwischenzeit geschafft da waren wir hier drin bei springer g4 und es war klar ja so weiter ach g2 hat er hier gespielt und jetzt erst springer f2 also g2 war deshalb wichtig damit weiß eben nicht an den herankommt was schwarz will ist klar der will mit dem harbouran daherkommen ja beziehungsweise erst g1 einsacken und dann mit dem harbouran daherkommen also vorhin hatte ich den eindruck dass das hinten und vorne nicht korrekt ist was Lewon Aronian da in anführungszeichen gezaubert hat in der zwischenzeit schaut es aber so gut aus dass weiß entweder aufgegeben hat oder die zeit überschritten hat jaja ich sage deswegen habe ich ja gerade gesagt der hat entweder aufgegeben oder die zeit überschritten das ist beides möglich also da sehen sie es die partie ist ein wunderbares beispiel dafür dass man diese 2800er wie Lewon Aronian mal einer war und vielleicht auch bald wieder einer sein wird die muss man mindestens viermal umbringen in einer partie damit die finden immer noch einen weg widerstand zu leisten der wird schon längst gewonnen ne ne der hat gewonnen klar da haben wir doch gesehen nach springer e6 war schluss also ich bleibe jetzt mal einfach weil es so schön ist und so schön spannend ist hier live drauf ich habe es gesagt schwarz droht springer a1 nebst turm e1 und insbesondere der einstieg auf e1 ist fürchterlich gefährlich und ich sehe im moment überhaupt nicht was weiß dagegen machen könnte also der hat sich da wirklich reinlegen lassen im prinzip ist es für ihn wichtiger der der debauer ist der hauptfeind also den muss er irgendwie beseitigen auch wenn es ihn eine figur kostet diese taktische geschichte die ich ihn nannte mit läufer h3 f5 h7 das haut nicht hin das dauert zu lang schwarz wird sich dagegen mit springer e4 verteidigen können und da sieht man halt auch wie gut der springer c5 die ganze zeit stand der steht da schon bestimmt 10 12 15 züge und er hat immer viel geleistet und mit geholfen also in der zwischenzeit steht der tatsächlich besser na gut ich bin ungeduldiger mann deswegen scrolle ich nochmal runter witzig jetzt habe ich hier ein paar frauenpartien jetzt wo die sitzung schon fast vorbei ist hier ja ich wollte doch nochmal zu dieser verrückten partie hier schauen oha das schaut ja langsam halbwegs normal aus das war die stellung die nach wenigen zügen so stand wo ich gesagt hatte also sowas verrücktes habe ich selten gesehen aber in der zwischenzeit schaut das ja fast normal aus wir waren ungefähr hier zuletzt drin und jetzt mit dame c8 hat der alexander beletzky gesagt jetzt kann ich könig d8 spielen jetzt musst du was mit deinem springer machen stimmt das auch ja scheint zu stimmen also der hat die puppen rausgekriegt das hätte ich nicht für möglich gehalten wir brauchen es jetzt gar nicht so sehr weit vertiefen also der hat das ganze hier wie durch ein wunder überlebt und wer weiß vielleicht passiert das sogar noch was schlimmeres aus der sicht von weiß also dass schwarz so weit kommt wie hier hätte ich für ausgeschlossen gehalten naja also gut selbst jetzt das material hat sich gar nicht verändert weiß hat immer noch zwei bauern weniger und merkwürdigerweise steht sogar der turm auf a6 gar nicht so schlecht weil er verhindert dass schwarz weiß zu läufer c6 kommt also das ist eine hochgradig spannende partie ich würde sie gern weiter verfolgen aber ich glaube wir haben mehr spaß wenn wir nochmal nach dem anderen herrn gucken ne das ist es nicht ich brauche den herrn karuana ich finde den gleich keine sorge da ist aronian der hat schon gewonnen da ist er Ja, das kam tatsächlich so. Der hat nach Springer C2 nichts besseres gefunden als diese Fudel-Idee mit Läufer H3. Ist ja eine löbliche Absicht. Also ich male die Absicht ruhig rot ein. Läufer F5, H7. Aber natürlich hat sich Caruana da nicht reinlegen lassen. Jetzt vertreibt er die Dame. Und zur Not kann er jetzt immer auf F6 den Bauern beseitigen. Also der Quint jetzt auf einen Schlag richtig viel zurück. Erst die Qualität, dann den Bauern F6. Der G7 ist jetzt sowieso nichts mehr wert und dieses E1-Problem bleibt. Also ich habe wirklich am ehesten den Eindruck, dass Schwarz jetzt geplatzt ist. Den habe ich gemeint. Verzeihen Sie es mir, aber ich rede jetzt glaube ich schon vier Stunden am Stück. Ja, bei 50-50-Chancen muss man manchmal auch schnell was sagen. Aber je länger so eine Sitzung dauert, desto größer ist eben auch die Gefahr, dass man dann irgendwann doch nur noch Mist redet. So, also wir haben den nächsten Zug. Dame F5 hat er gespielt. Dame schlägt H7, droht nicht. Damit kommt er nicht zurecht. Natürlich hat Caruana jetzt den Turm A1 genommen. Turm A1 zurück. Und jetzt wird es insofern spannend. Ich denke mal, der einfachste Zug für Schwarz ist jetzt Springer Dora 6. Wunderbar positionell. Er droht auf Weiß was und auf Schwarz was. Und tschüss. Ich glaube, dagegen kann Weiß nichts mehr machen. Gut, vielleicht ist hier der beste Versuch noch im drüben zu fischen Dame E5. Aber das kann nicht sein. Gut, vielleicht findet er auch was noch besseres als Springer D6. Aber ich glaube, Springer D6, das ist genau der Zug, mit dem er mal in Dortmund in der letzten Runde gegen den Nisipiano gewonnen hat. Zwar in einer ganz anderen Stellung, aber er erinnert sich sicher noch daran. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er das macht. Ja, hat er auch. Und das ist natürlich allein schon deshalb gut, weil es eben auch F5 überdeckt. Das heißt, so Gespenster wie Dame H5, Lebstläufer F5, die sind gar nicht erst da. Also es ist vorbei. Das ist unglaublich. Also die Zeit läuft ihm jetzt auch vollends runter. Und also zumindest... Also Moment, das ist jetzt unklar, ob er den Zug gespielt hat oder nicht. Da gibt es einen ganz einfachen Grund dafür. Wenn denn Richard Rapport nach Springer D6 aufgegeben hätte, dann stellt man den schwarzen König nach E5 und den weißen König nach D4, um dem DGT-Brett zu sagen, zu signalisieren, dass Schwarz gewonnen hat. Aber wenn das noch ein legaler Zug ist, wird es gern mal auch mit übertragen. Aber ich verstricke mich hier in die absurdesten Theorien. Der hat tatsächlich Turm E5 gespielt und sagt, in bester Kehresmanier, aufgeben tut man nur Briefe und Pakete, aber keine Partien. Natürlich nimmt er die Dame und jetzt wird er vielleicht am einfachsten Springer C4 spielen. Und ich denke mal, spätestens wenn die Kette abrasiert ist, wird er doch einsehen, dass gut ist. Zumal er ja den D2 auch immer noch nicht beseitigt hat. Also gut, jetzt ist die Zeitkontrolle geschafft. Caruana hat diese Partie, der hat die wirklich rübergezogen. Auf Englisch gibt es diesen wunderbaren Ausdruck, dass er der Partie seinen Willen aufgebunden hat. Bending the game to his will. Aber in Deutsch existiert das nicht so richtig. Aber das ist genau das, was passiert ist. Und ich finde es unglaublich, weil das sah zwischendurch so aus, wie wenn es wahrlich nur schief gehen könnte. Jetzt habe ich so feine Partien für uns ausgesucht, aber die sind so fein, dass sie jetzt schon beinahe alle zu Ende sind. Das muss ja der Schaden nicht sein. Aber vielleicht finden wir ja noch was. Und morgen ist auch noch ein Tag. Das kommt noch erschwerend hinzu. Ja, den Herrn Baramice, der hat inzwischen auch gewonnen. Aber die Partie können wir uns ruhig auch noch mal bis zum Schluss reinziehen. Das war bestimmt gut. Wir waren zuletzt drin, da hat Schwarz gerade F5 gespielt. Wann hat er denn das gemacht? Hier im 23. Und erinnern Sie sich, dieses F3 war das Problem. Die Achillesferse, deswegen durfte er nicht schlagen. Tja, gut, soweit so normal. Und jetzt wird er ihn irgendwann aufhebeln. Nee, immer noch nicht. Also mit Turm C8 ist Baramice an den Verteidiger C3 heran. Also jetzt muss Weiß immer mit dem Qualitätsopfer auf C3 rechnen. Naja, also schauen wir mal. Es ist insofern immer noch ein wenig spannend. Aber im Prinzip ist es der Klassiker. Das war doch dieser Sosin Sizilianer. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Weißpartien verloren gegangen sind. Weil der Läufer B3, jetzt steht er auf A4, einfach viel zu lange nicht mitgespielt hat. Und Moment, also die Mattdrohung könnte ich ja vielleicht trotzdem noch anzeigen. Die droht hier. Und jetzt hat er sich einfach B7 gedeckt. Also Baramice hat es im Griff. Ich wollte es nur bis zum Schluss zeigen. Also das war wirklich eine sehr originelle Partie. Na, jetzt ist es passiert. Jetzt geht die lange Diagonale auf. Und natürlich muss er jetzt die Qualität hergeben. Und es kommt noch schlimmer. Rumps und Matt. Also der macht eine Dame und setzt auch noch Matt. Das war ein schickes Partiechen. Und am Anfang war ich mir gar nicht so sicher, wie gut David Baramice in diesem super schaufen Sizilianer seine Hausaufgaben gemacht hatte. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass Van Veli das grausig verloren hat gegen einen jungen Chinesen. Aber der Herr Zeller, der hat in der Saison einfach weniger Glück. So, ich war am Hochscrollen. Und schaue mal, ob ich noch was für Sie erwische unterwegs. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Partien. Trotz allem zu Ende. Ja, den Arkady Neidich müssen wir doch auf jeden Fall noch nehmen. Da ist er doch. Ja, also auch da ist es passiert. Wir waren drin bis, naja ungefähr hier, machen wir es hier. Vielleicht sind ja auch ein paar da, die gar nicht so spät dran waren. Also das war eigentlich dieser Moment. Ja, in dem Moment, nach Dame C3, wusste ich überhaupt nicht, wie ich die Stellung Ihnen verkaufen soll. Weil zum einen eben tatsächlich Dame D4 drohte. Und zum anderen eben auch dieses Dame H3 Richtung H7. Und das kam jetzt eine Zeit lang genauso, wie wir es hier erwartet haben. Das ist kein gutes Zeichen für die Großmeister unten. Und jetzt war der Moment, also hier hätte er vielleicht den Gang einen Tick rausnehmen sollen. Also Läufer E2 war hier möglich, ohne großes Risiko. Aber er wollte es wissen und hat eben auf E6 die Figur geopfert. Und vermutlich ging es ihm wie mir. Der hat sich hier berauscht an seiner Doppeldrohung. Dame E7, beziehungsweise Läufer schlägt D5. Aber dieses Turm E8, das war sehr ernüchternd. Jetzt muss die Dame weg. Und im Prinzip ist trotz allem hier die Dame die einzige Angriffsfigur. Schauen wir mal, wie es weiter ging. Turm D2 hat man noch gesehen, genau. Das hatte ich Ihnen gesagt. Jetzt droht Springer schlägt E5. Jetzt im Moment weniger. Aber naja, es ist einfach so. Inzwischen ist Schwarz so prächtig zentralisiert, dass ihm gar nichts passieren kann. Der C-Bauer ist auch gefährlich. Es ist vorbei. Der hat den Angriff abgeschlagen. Moment mal, jetzt machen wir es trotzdem noch der Ordnung halber. Warum durfte er den nicht nehmen? Achso, da ist die Antwort vermutlich auch einfach. Wenn er auf E5 nimmt. Oder gehen. Wo ist Matt? Da haben Sie völlig recht. Wir müssen uns gar nicht mit Turm in Spielen rumplagen, ob sie gewonnen sind oder nicht. Es ist Grundlinien-Matt. Und Matt geht bekanntlich vor und beendet nach wie vor immer noch die Partie. Übrigens, jetzt ist die Regel präziser geworden. Habe ich schon oft gebracht, den Joke. Es gab auch eine Zeit lang in der FI die Regel, dass wirklich stand, Matt beendet die Partie. Inzwischen steht da, aber das Matt muss durch einen legalen Zug herbeigeführt worden. Und das ist auch allemal gescheiter und präziser. Gut, den Rest brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr gucken. Jetzt hat Schwarzer einfach eine Figur für mehr oder weniger gar nichts. Und jetzt kommt, ja, es ist vorbei. Also, auch Arkady Neidic, der hatte wahrlich zu schwitzen in der Partie und stand, glaube ich, zwischendurch, naja, mit Verlaub gesagt, ein wenig kritisch. Aber er hat es eben trotzdem geschafft, die Partie wieder ganz rüber zu ziehen. Also, der Vichy hat gewonnen, das hat man gesehen. Dann nehmen wir doch zum krönenden Abschluss nochmal den Herrn Vachela Graf und den Herrn Racker. Ja, das ist inzwischen auch zu Ende. Wir waren bei der Zeitkontrolle zuletzt drin, im 40. Und, ah ja, der hat A4 gespielt. Ja, das ist natürlich, da hat er Glück gehabt. Insofern, hier nach A schlägt B3, das ist genau der Moment, von dem Botwinnik immer sprach. Botwinnik sagte immer, es ist für Weiß durchaus von Vorteil, dass er den ersten Zug machen darf. Aber es sei noch viel wichtiger, dass er auch den ersten nach der Zeitkontrolle machen darf. Gut, zu Botwinniks Zeiten war es auch durchaus üblich, dass er den ersten Zug nach der Zeitkontrolle als Abgabezug gemacht hat und eben einen Umschlag gab. Und hier kann ich mir gut vorstellen, dass Vachela Graf länger nachgedacht hat für seinen 41. Und dieses A4 ist natürlich dreckig aus der Sicht von Schwarz. Jetzt droht wirklich da mit C7 und das könnte auch richtig blöd werden. Schauen wir mal, wie es kommt. Ja, jetzt ist der Läufer weg. So war es bestimmt nicht gedacht, aber der trickst immer noch. Naja, gut, jetzt ist es vorbei. Damit hat er die Verbindung vollends unterbrochen und jetzt soll der Abauer die Entscheidung bringen. Na gut, meine Damen und Herren, jetzt haben wir Viertel nach sechs. Ich glaube, ich habe um 14 Uhr angefangen, vier Stunden lang nonstop geredet. Mir war es wie stets ein Vergnügen, für Sie kommentieren zu dürfen. Wir machen auch morgen die nächste Schicht. Morgen geht es ein bisschen früher los. Also wer morgen alles sehen will, der muss früher aufstehen. Morgen beginnt die letzte Runde der Bundesliga um 10. Aber es gibt zumindest im Abstiegskampf immer noch Fragen, die nicht geklärt sind. Ich bin für heute raus. Ich freue mich über jeden Gast, der morgen wiederkommt. Bis morgen. Danke. Servus. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.